ja hallo saa willkommen willkommen schön dass du dir zeit nimmst uns von deinem beruf zu erzählen der trick den du jetzt begehen muss ist natürlich den stream zu muten und den chat kannst du offen lassen ansonsten hast du mich doppelt und zwar in verzögert und wäre echt unangenehm er müsste gemutet sein der stream ja perfekt ja gut schön dass du da bist dankeschön dass du dir die zeit genommen hast wir haben schon einige wir haben schon wie ich denke der der chat wird sich einfahren auf die thematik der wird sich einspielen und ja du wir fangen einfach ganz entspannt an wie heißt denn den beruf tatsächlich ist einfach kurz gesagt dass das nennt sich das farme und der typisch deutsche begriff ist fachangestellte für medien und informationsdienste im fachbereich bibliothek ist das ein ausbildungsberuf oder weil ich weiß dass man das studieren kann ich wissen wir dass man 1998 ist das ein ausbildungsberuf okay weil ich weiß dass man irgendetwas davon studieren kann irgendwas in so eine richtung kann man also bibliothekswissenschaften und management das braucht man um die btk dann zu werden wenn man studieren möchte mittlerweile reicht aber auch aus die ausbildung zu machen und dann kannst du dich langsam hocharbeiten stufe für stufe und irgendwann kannst du sogar je nachdem wie viel fortbildung gemacht hast welche fähigkeiten du hast wie lange du schon dabei bist also berufserfahrung hast kannst du irgendwann hat auch bibliothekerausbildung allein dann bekommen okay also gesagt weil irgendwie irgendwas in die richtung wusste ich weil man kann in potsdam irgendetwas dazu an der fh studieren mit bibliothekswissenschaften kann man als fernstudium auch machen das machen viele dann nach der ausbildung um zusätzlich noch ein bisschen sich höher zu qualifizieren der name ist schon mal typisch deutsch viel zu kompliziert perfekt ja also glaube viele von uns wenn wir jetzt so an bibliotheksarbeit denken also ich muss ja ehrlich sein das letzte mal dass ich in einer bibliothek war außerhalb des universitären kontext ist schon tausend jahre her ungefähr also für die uni natürlich klar da ist man tatsächlich immer öfter in der bibliothek und auch in verschiedenen weil es ja immer um die recherche zur fachliteratur geht bei uns vor allem in geschichte aber wenn ich jetzt davor denke so wie so städtische bibliotheken als kinder waren wir da öfter drin und haben so sachen ausgeliehen oder oder aber da war ich praktisch schon schon ewig nicht mehr arbeitest du denn gleich vorneweg arbeitest du mehr in so einer in so einer bibliothek für für wissenschaftlichen kontext oder in so einer freien bibliothek für alle ich bin in der öffentlichen bibliothek und da hauptsächlich in den jugendbereich tätig okay habt ihr auch habt ihr auch so früher hatten die dann irgendwann auch so computerspiele und so sachen zum ausleihen so cds und keine konsolenspiele ausleihen arbeiten aber dran aber zum beispiel im luisenbad kannst du so ein spieler ausleihen in der zentralen landesbibliothek ingeborg trewitz und steglitz also berlinweit kannst du eigentlich in den größeren bibliotheken und so ein spieler ausleihen wir verleihen immer noch musik cds hörbücher wir haben riesengroßes online portal wo man ebooks auch runterladen kann also wir sind schon ein bisschen im 21 jahrhundert angekommen wenn man ebooks runterladen kann dann kann man die ja behalten hat man die ja für immer nein wie nein nein du kannst dir einen wir arbeiten größtenteils mit tolino zusammen es hat amazon und die konkurrenz damit arbeiten die öffentliche bibliotheken nicht beziehungsweise der verbund nicht und wenn du dir ein kindle hast und dir alles runterlässt was du haben willst musst du den das ist jetzt ein knife hack den nutze ich nämlich auch musst du in die einstellung gehen dich offline stellen mit dem tolino atem auf irgendwann in die vergangenheit stellen weil es meiner ist auf irgendwann 2009 gestellt und wenn du offline selbst nicht einmal online gehst mit dem tolino kannst du die sachen für die mehrere jahre wirklich behalten auf den gerät dann halt ich hoffe ihr habt alle fucking mitgeschrieben wenn ihr wisst wo was es geht ich habe nämlich ja keine ahnung aber ich hoffe ihr habt alle mitgeschrieben da kriegt man was umsonst hier habt ihr habt ihr habt ihr habt das ihr habt das zuerst gehört sag ich absolut insidermissen also sag mal moin moin ebooks sind böse ne wissen wie schön das ist in dem ebook zu irgendwelche informationen für für unisachen rauszubekommen du machst du einfach suchfunktionen gibst den begriff einfach durch da muss gar nichts machen absolut chillig höchstens die autoren die böse sind weil sie ihre ebw mehr den bibel wirkung stellen wollen da du hast manchmal so verbindungsprobleme glaube ich oder hast ist dein internet connection oder dein mikrofon irgendwie manchmal leckte so ein bisschen komisch hast du da wisse wirst du irgendwas oder ist einfach wie es ist ja dann ist es wird ist dann leben wir damit ich muss das buch in der hand haben das muss man riechen können manche bibliotheken aus der bücher aus der bibliothek willst du nicht riechen so da ich glaube ich nehme ich auch diese auch nicht mehr anpassen jetzt kommt die jetzt kommt die unannehmen sachen aus den öffentlichen bibliotheken bücher die man zurückbekommt und sich denkt dies einte das eigentlich nur noch für die tonne ja das ist wahrscheinlich auch passiert wahrscheinlich auch nicht so selten ja dann beschreibe doch den beruf kurz also wie gesagt wir haben ja wahrscheinlich alle irgendwie eine vorstellung davon dass da so ein so also ich gebe jetzt die schubblicke bis schubladen ich gebe jetzt die schublade ab und die schublade sagt ist so ein öhmchen mit so einem bollerwagen ballert so durch die ballert so durch die bibliothek stopft so bücher dahin zurück wo sie herhören und schreit leute an weil sie eine bibliothek essen sitzt vorne auch zu viel trinkt viel zu viel ja oder genau ja ist eine bibliothek und die sitzt dann vorne am tresen trinkt viel zu viel kaffee raucht auch zu viel und guckt den immer böse an und sagt immer genau und sagt immer wie viel davon ist wahr nein und dann geht hat noch keiner in einem buch aber es ist mal online angeguckt worden an den internetpcs warte sind pornos an den internetpcs in der bibliothek angeschaut worden ja ja gut was willst du machen das berlin kann sagen wenn das internet zu hause nicht stimmt da muss das hause nicht passt da muss man sich was einfallen lassen also ich würde da fast den einfallsreichtum der leute würde ich fast loben ja auch kinschämie manche anderen machen die öffentliche statt wenn du wirst jetzt ist vielleicht die bibliothek nicht der allerbeste ort dafür aber ich sag mal wenn spiky jetzt hier wäre spiky könnte uns wahrscheinlich mehr dazu sagen gut abbruch abbruch jeder pc muss einmal die viren vom gelben yt auf der festplatte haben welche welche viren denn von welche viren von pornhub was sollte dafür viren seien du guckst doch nur sachen an ob die zeit die zeit auf der man auf auf den gängigen internetportalen sich irgendwo naja ja lass uns nicht darüber sprechen erzähl doch mal wie läuft es dann so wie läuft denn der beruf so wie können wir uns denn wie kommen wir dann von unserer vorstellung die wir so haben in eine in ein realitäts näheres bild so ja wir stellen schon bücher ein da haben wir mittlerweile aber eine einzelne kraft dass halt die bibliotheksverkräfte damit sich nicht aufhalten müssen aufhalten müssen klingt jetzt blöd aber wir sind halt schon sehr art am personellen limit überall eigentlich wie überall im öffentlichen ja und hat jetzt die renten starken jahre die hat alle kommen nun wurde jahrelang nicht eingestellt und plötzlich holt man fachkräftemangel im hintergrund passiert hat sehr viel und eigentlich ist der thekendienst die wir machen an der theke sitzen neue bibliotheksausweise anstellen bei der suche helfen bücher einstellen ganz geringer teil irgendwann in die kraft wird halt angeliefert werden und zumindest bei mir im kinder und jugendbereich ist es so dass wir spezielle leseförderung als thematik haben das heißt dass schulen oder kita gruppen sich bei uns anmelden können vor den öffnungszeiten dass die eine stunde vorbeikommen können wir den vorlesen und die hat ein bisschen an die bibliothek und an bücher hat ein bisschen heran führen also immer so von 56 oder unter dreijährigen und über dreijährigen und halt schulklassen ganz normal erste klasse zweite klasse dritte klasse und dementsprechend konzepte ausgelegt sind wie sie lernen bei uns in dem alter fachgerecht mit den kompetenzen die sie bereits besitzen an unseren katalog zu gehen da einfachen titeln zu recherchieren ist die wollen jetzt die schule der magischen tiere haben ist ein absoluter renner aktuell was sie da suchen können und genau wo ist das egal eigentlich eingeteilt also im prinzip bringt dir den so ein bisschen bei wie sie sich in der bibliothek bewegen können und wie sie da mit dem stuff der da ist zurecht kommen okay genau also ist das meiste deiner arbeit tatsächlich servicearbeit direkt am kunden man so sagen genau und veranstaltung richten wir halt auch noch selber aus das heißt da habe ich zwei ja mache dich komplett alleine wuppe und müssen vorbereitet werden nachbereitet werden was für veranstaltung ist das dann tag der offenen bibliothek oder das ist einmal eine harry potter veranstaltung in den sommerferien am 31 7 wenn harry potter direkt geburtstag hat einfach so ein highlight für die kinder harry potter hat geburtstag ja alter wirklich ja und ein tipp für alle die die genau und ein tipp für alle die jack aar nicht unterstützen wollen geht in eure bibliothek leitet euch diese aus wenn ihr trotzdem da weiter fan sein wollt die sachen lesen wollt filme gucken wollt daran verdient die frau nichts und ihr tut der bibliothek was gutes so hier da habt das gehört und man die sind alle in ihrem hermine vielleicht lieber ein hermine kostüm ich würde vielleicht auch lieber ein hermine kostüm anziehen als harry potter kostüm so ist es nicht aber harry potter hat am 31 ist das ist was ich jetzt weiß und wahrscheinlich nie wieder in meinem leben vergessen kann oh mein gott ja welches haus ist es jetzt hier die wichtigste frage alle wollen das wissen sagen welches haus ich bin so bin ja dieses jahr hat okay wir können die den hauspokal gewonnen letztes jahr haffelpuff nee wir können die berufsunterview weiterführen du hast das einzige richtige haus genannt perfekt alle anderen alle anderen häuser sind schwachsinn glauben die leute mir immer nicht aber ist so wie lange wie lange machst du denn das schon wie lange übst du diesen beruf schon aus und 2007 bis 10 habe ich die ausbildung gemacht und seitdem übe ich den beruf eigentlich auch aus also seit 2007 also also schon eine halbe ewigkeit also ein bisschen früher schon weil ich vorher schon in der öffentlichen bibliotheken praktikum für ein halbes jahr für das fache gemacht ich könnte jetzt dein alter gästen dadurch also ruhig machen du wirst wahrscheinlich zwischen 23 34 dann müsste 34 sein okay okay gut dann lassen wir das ja so weil ich bin 38 ich bin ende 30 entlang hast du hast ab hier macht ja 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 okay ja weil ich habe mit zwei cup 2007 auch meine erste ausbildung angefangen aber nachher 10 klasse halt ich habe ja mein abi dazwischen nachher macht gut ravenclaw die klugen und so alle sinnlos ravenclaw nee nee haffelp nee nein ihr müsst ihr versteht immer nicht warum slitherin das geilste haus ist erstmal haben die die krassesten zauberer dann machen die immer avada kedava todesfluch in dein gesicht das mega cool dem haben die arbeitsgruppen raum gemeinschaftsraum unter dem see im keller wo finden die geilsten party statt im keller im bunker einfach und außerdem überlegt doch mal wenn ihr richtig krass drauf sein wollt da geht ja nicht da geht ja nicht in den komischen verkackten turm von irgendeinem anderen dodi vereins sondern in den keller wo die die krassen wo die den stoff zu liegen haben und sie da selber irgendwann zusammenbrauen und alle völlig die sind alle völlig die heiler unten weil geht es außerdem die syriens sind ja gut mit haften hauvelpupp ist ja direkt an der küche also oh gott ihr seid viel zu ihr seid viel zu doll da drin ihr seid okay wir machen einfach weiter was habe ich mir hier eingelassen aber wie jetzt klar sein müssen dass menschen die in der bibliothek arbeiten einen heftigen drang zu harry potter haben wie viel von harry potter ist es halt was was die kinder halt dran zieht das ist ein highlight für die in den sommerferien durch corona nicht viele können immer weg die kommen auch alle ein kostüm an haben ihren umhang haben schon ihr abzeichen an dem umhang dran und alle den entsprechenden hut aufsetzen drängen ihre eltern dazu den auch aufzusetzen was ist toll finden bei mir ich hab den originalen hut erfährt den echten ja und der hat silver in den sagt und no one can compete with that absolut verdient er sprecht genug glücklich sagen alex kurs danke für drei ja willkommen ich schmelze ich schmelze auch aber es ist richtig und wichtig kurs danke für drei willkommen im vierten dann sag ich schrömpel ne der mkw und zwar in potsdam war vor vielen vielen jahren mal die originale ausstellung mit den originalen filmrequisiten das ist wirklich schon lange her also bestimmt schon sieben oder acht jahre her aber da war in potsdam barbelsberg in eine separate harry potter ausstellung mit den ganzen original filmrequisiten und da war der echte hut der mit ihm geredet hat ich habe den offensichtlich dieser schlitzerin heike gesagt du hast recht bruder da habe ich den hut abgesetzt bin da durchgelaufen und habe mir die ganze zeit gedacht cool vielleicht vielleicht merkt man dass ich eher so ich war eher herr der ringe als harry potter muss man muss man dazu sagen wenn es die kinder freut ist halt geil ist ein zitat an das was ich häufiger halten sollte außer wenn man in einem auto sitzt und süßigkeiten dabei hat dann nicht das möchte ich dazu sagen gut also du machst den beruf seit 2007 das ist ja schon eine weile und ich denke mal du hast in berlin gelernt und auch weiter oder und zwischenzeitlich war ich kurz mal in hamburg in einer wissenschaftlichen bibliothek für zwei jahre und bin dann aber wieder nach berlin zurückgekehrt und habe gemerkt ich hasse ich hasse jura-studenten ich hasse bbl studenten ja die hassen sich selbst auch du musst sie nicht haben die hassen sich selbst auch kann ich dir sagen okay du hast also schon mal in einer wissenschaftlichen bibliothek gearbeitet nein das heißt du kennst du auch den uni alltagsquatsch von den abgefuckten studenten die die versuchen sich in der bibliothek martin martin intravenös zu legen um überhaupt am leben zu bleiben ja oder die bücher woanders verstecken in anderen regalen muss nicht hingehören und nur die selber wissen getan haben um das für sich selber reservieren dass das was das hätte niemals jemals gemacht niemals hätte das jemand wirklich gemacht ich das muss eine urban legend sein das habe ich noch nie gesehen ist tatsächlich gang und gäbe in allen wissenschaftlichen bibliotheken gut wie sieht so typischer arbeitsalltag aus wie können wir uns jetzt so arbeitstag wie können wir das uns so vorstellen kommst irgendwie kannst du kannst gerne anfangen wo du magst und ich komme auf arbeit an es ist nicht überraschend was da die bringt weil er sich eigentlich jeden tag mittlerweile ändert nein man ist halt sind halt wenig leute dann sind leute krank in urlaub man muss in anderen häusern vertreten gehen ich möchte mal dazu sagen dass es nennt sich der verbund der öffentlichen bibliotheken aber jeder bezirk macht so sein eigenes ding verbund ist online aber physisch so vor ort ist man wir können nicht immer sagen wir können nicht immer für andere bezirke sprechen wenn zum beispiel stattfindet dann muss da hat der kunde das in steglitz verloren dann müssen wir den nach steglitz schicken weil da gehört das buch hin und wir halt nicht sagen können wie die kollegen in steglitz das handhaben zum beispiel ach so also die bibliothek in der du arbeitest ist gehört zum öffentlichen bibliotheken verbund das heißt du kannst auch in einer anderen bibliothek in berlin arbeiten die dazu gehört im bezirk genau ok ich bin in den bezirken eingeteilt und jeder bezirk ist so ein bisschen für sich ja also naja wer wissen möchte in welcher bibliothek ich arbeite es ist nach nehm äh wie aus der ns-zeit benannt nach nehm religiösen wer jetzt rausfindet wer das ist kriegt nen keks nach nach was ist das benannt ich hab's nicht verstanden ans kämpfer aus der ns-zeit ok ein theologe irgendwer irgendwer wird's da rausfinden bin mir ziemlich sicher chat ist immer relativ mächtig wenn's um so was geht ähm hallo avi nur bücher sortieren ja also ein keks ja aber ein berliner keks das sind ganz besondere kekse das sind besondere kekse ähm also du die die nutzer liegen gelassen haben die liegen denn schon so 16 16 wochen in irgendeinem schrank ne ja ja klar ähm ne gut also in den bücher buchkisten angeknabbert von den kleinen kindern oh gott das wäre mir ein absoluter traum ähm also du du kommst dann start auf arbeit manchmal musst du dann praktisch die arbeitsstelle wechseln im bezirk ähm wenn's wenn's genau wenn's irgendwo nut am mann ist ja genau da ist es schon niedrig bonhoeffer also maria ist aus berlin glaube ich deswegen äh war das vielleicht ein guess aber äh jessi hat safe gegoogelt einfach jessi hat safe gegoogelt aber auch googeln ist ist richtig und wichtig ähm ist ne kompetenz ähm so das heißt sag mal du musst jetzt bei dir in der du bist jetzt angekommen du musst jetzt da bleiben was machst du denn so einen lieben langen tag lang also wir haben schon gehört wenn man im frühdienst ist dann muss man halt die tageszeiten müssen bearbeitet werden und bereit gemacht werden dass die leute die lesen können deswegen müssen sie einmal tackern dass die seite nicht wird umher fliegen oder halt einfach rausgenommen und mitgenommen werden ähm alles kriegt bei uns halt einen stempel das ist ein besitzstempel von uns ist dann wir müssen bestellwünsche bearbeiten eventuell eine abräumliste das heißt bestellwünsche die länger als zwölf tage im regal stehen werden dann wieder rausgenommen zwölf tage haben die leute zeit das abzuholen und okay schaffst du es in den zwölf tagen nicht hast ja offenbar kein interesse mehr daran dann die bibliothek muss aufgeräumt werden das heißt die regale sehen ordentlich aus das was wild umher liegt du ahnst nicht was leute zum teil alles vergessen in der bibliothek oder liegen lassen doch wir reden viel von kindern und kleinen menschen da bleiben wahrscheinlich auch viele tonbeutel liegen und so die ganze mappen was zum teil als lesezeichen benutzt wird sind salamischeiben krankschreibungen mit verträge hast du ganz salamischeiben gesagt ja auch schon mal eine salamischeibe ein buch gefunden und das war nicht mal vegane salami mit verträge krankschreibungen krankschreibungen die menschen schätzt es sehr wirklich kinderfotos nutzt als lesezeichen was war das kurioseste was du je gefunden hast da müsste ich nachdenken fällt mir spontan nicht ein was so kurioses weil irgendwann ist es halt man gewöhnt sich dran ist halt auch nicht mehr was neues du kannst ja wir haben ja später noch so ein paar fragen in so eine richtung ich glaube tatsächlich irgendwelche mietverträge zu schnell waren die dann im buch drinnen lagen als lesezeichen als merker ich weiß es nicht mietverträge von wohnungen ja 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 stabil richtig und wichtig wenn in dem buch sind sie safe erstmal weißt du so also du 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 arbeitest macht macht die tresen arbeit machst stellst auch bibliothek ausweise aus wenn welche menschen welche brauchen noch so also wie gesagt bücher einräumen haben wir jetzt schon gehört ist in eurem fall übernimmt das jemand eine separate kraft weil ihr mit anderen bums zu tun habt und du schildst dir jetzt den ganzen tag da vorne und sagst hallo herzlich willkommen ruhe nö also je nachdem wo man eingesetzt ist wir sind zweistöckig haben oben eine kinder jetzt war glaube ich dein internet kurz weg jetzt musst du noch mal wir haben zwei stockwerke oben ist eine kinderabteilung und in der kinderabteilung haben wir eine gaming station ein fernseher mit einer playstation angeschlossen da können die kinder sich die controller ausleihen und ein bisschen vor ort zocken da muss man die schon mal ein bisschen zur ruhe rufen weil die dann doch lauter werden und sich gegenseitig alle ein bisschen hoch pushen manchmal auch die eltern mit ihren kleinkindern der meinung sind unsere einrichtungsgegenstände als spielzeug zu benutzen die muss man dann auch mal ein bisschen zur wieder zum logischen denken auffordern klassiker berlin halt noch klar in der erwachsenenabteilung rufst du meistens die erwachsenen zur ruhe weil die dann der meinung sind mit ihrem handy die älteren herrschaften und damen telefongespräche zu führen laut sprecher natürlich natürlich klar wie geht das hier aus die klingelt und die fünf tage in ihrer tasche nach diesem handy suchen habt ihr die bild ausliegen das ist eine gute frage von rauschel ne ne die klassische berlin lektüre fehlt also ist also quasi eine kinder und eltern betreuung wie in jedem dienstleistungsberuf denken viele eltern ja denken sie ach so okay ist auch schon mal vorgekommen dass dann ihre kinder hinten bei den bilderbogen gepackt haben sich selbst woanders hingesetzt haben kaffeeklatsch gemacht haben und plötzlich hieß es wo sind meine kinder weil die kinder nicht mehr da waren ah ja stabil oder so da haben sie sich aber irgendwo noch in der bibliothek aufgefunden aber ja kommt halt auch mal vor ja hätte ich äh also auf so eine ja ne weiß ich nicht wenn ich also ich glaube wenn ich jetzt sage da hätte ich ja keinen bock den ganzen tag mit so durchdrehenden kindern zu arbeiten ist das ein bisschen ironisch oder wenn ich das sage ich arbeite im kinder und jugend bereich also ja gut dann dann lassen wir lassen wir das genau so stehen also das ist das geringste problem mehr probleme machen denn die nutzer nutzerinnen wenn die sich über gebühren auflegen wenn die zu dumm sind zum lesen also kurz also erst mal merlin wie soll ich von sarah das mikrofon einrichten ja bin ja nicht da und anderes ich gelobe dass das ihr internet ist vielleicht vielleicht sarah musst du den stream ausmachen und ich ich spiele den chat für dich durch dann ich spiele den für dich durch wir gucken mal vielleicht ist es besser dafür hat er doch selber leute habe ich ja ne aber deswegen bist du ja gerade auch nicht mehr als lehrer tätig oder ja vielleicht ist das genauso hallo lupo moin moin warum du hast dich doch aktiv gegen den lehrer entschieden ja gut ist ja gut ich wollte einen witz machen mich hat mal eine mitarbeiterin aus der bibliothek werfen wollen weil ich einmal gehustet habe dezent den job zu ernst genommen ich glaube in berlin wird man fürs husten nicht aus der bibliothek geworfen oder für was wird man denn in berlin aus der bibliothek geworfen für wenn man wenn wir jetzt hast schon mal irgendwer in der bibliothek gekifft hast du noch nicht aber davor noch nicht aber davor ja würdest du sagen man müsste jemanden aus der bibliothek schmeißen wenn er dort kifft definitiv weil uns überall rauchverbot einfach herrscht okay fair egal ob es jetzt ne vape ist ob es zigaretten sind ob es kiffen ist es ist halt einfach rauchverbot also rausche crack rauchen geht auch nicht ne das auch nicht vielleicht auf den toiletten bisschen heroin das würde gehen sag doch das nicht mann naja meines Wissens nach während der Ausbildung hat mir eine Kollegin die am Cottbusser Tor gearbeitet hat da gibt es auch eine öffentliche Bibliothek erzählt die haben schwarz sich auf den Toiletten damit sich die Fixer da keine Spritze setzen können ist nicht dein Ernst Digga ich meine okay ich weiß nicht was aktuell immer noch so ist die Ausbildung ist ja auch schon weile her ich war nie da jetzt wo du wenn du Cottbusser Tor sagst dann halt natürlich sofort da stellen sie mir die Nackenhaare auf sag ich wie das ist aber aber ich habe vergessen immer alle die die Berlin romantisieren dass es Orte wie Cottbusser Tor gibt ja wo die Hälfte wo die Hälfte der Pflastersteine auch aus Drogenleichen besteht eigentlich hm ja gut wir haben schwarz nicht so um bei uns rausgeschmissen zu werden das sind wenn andere Nutzer und Nutzerinnen belästigt werden oder wir selber belästigt werden denn während der Corona Zeit hatten wir halt auch eine strenge Maskenpflicht zwischendurch hatten wir wieder mal außerhalb der starken Corona Jahre mal eine Maskenpflicht weil der Bezirk einfach ein Hotspot war und die Anweisung war alle öffentlichen Gebäuden herrscht halt Maskenpflicht und wir dann als Faschisten bezeichnet wurden natürlich natürlich wenn wir darauf hinweisen bei der Maskenpflicht auch wenn das Kind der Szenen ist hat es trotzdem eine Maske zu tragen auch wenn es nur kurz was abgeben möchte bei uns und der Vater in der Tür steht und das Kind anbrüllt oder niederbrüllt dass es keine Maske aufsetzt wo ich kurz davor war wirklich die Polizei zu rufen in der Hoffnung ihm wird das Kind weggenommen wie schnell ist die Polizei so da wenn ihr die ruft kann unter fünf Minuten sein ja also in der Nähe ist eigentlich eine Wache bei uns es ist bei vielen Bibliotheken bei uns im Bezirk das Glück manchmal dass in der Nähe halt eine Wache ist und es schnell sein kann dass innerhalb von zwei Minuten tatsächlich Polizeibeamte da sind also vor ein paar Wochen musste ich auch die Polizei rufen weil dann Jugendliche bei uns randaliert haben also der Meinung an zu Hause könnte wahrscheinlich keinen großen raushängen lassen in der öffentlichen Bibliothek schon und da hat es keine zwei Minuten gedauert bis die da waren oh man das sind Sachen das ist halt das ist der typische Berliner da musst du halt leben oder mit dass Leute sich teilweise ihr Mann arbeitet in der Justizvollzugsanstalt und der meint bei uns geht es manchmal schlimmer zu als bei ihm auf Arbeit Ja da sind die Leute halt schon hinter Gitter weißt du Ja Das ist der Unterschied Alter vor allem überleg mal du nimmst die Bibliothek auseinander die öffentliche in die alle rinnen können die eigentlich für die Menschen da ist für einen lächerlichen Obolus Ja Ja wenn überhaupt ich meine es gibt viele Ausnahmen wo du keinen 10 Euro Jahresbeitrag zahlst wenn du jetzt studierst dann ist es weniger wenn du soziales Jahr leistest dann ist es weniger wenn du jetzt einen Bescheid vom Jobsender hast dann zahlst du gar nichts zum Beispiel Kinder und Jugendliche generell müssen keinen Jahresbeitrag zahlen das ist kostenlos und also ich kann sagen München ist teurer was öffentliche Bibliotheken angeht und Hamburg ist auch wesentlich teurer Tja macht irgendwie dann nicht so viel Sinn da die Einrichtungsluster der Brand naja ähm ähm gestern rausschreibt gestern erst die Tankangestellte gesehen die direkt an der Tanke geraucht hat beim Anliefern vom Tankwagen mich überrascht nichts mehr Bro no risk no fun ähm Farbst schreibt gerade das funktioniert bei erfahrenen Fixern übrigens nicht mit dem Schwarzlicht die finden ihre Wehen so oder so na gut manche hält nichts auf you know ähm wo ein Wille ist es auch ein Weg wo eine Ader ist es ohne Spritze oder so ne ähm I'm alive fresh out of the gym herzlich willkommen an Forgiven willkommen willkommen ähm wie ihr habt Maskenpflicht in der Bibliothek gehabt außerhalb der Corona-Zeit ja weil der Bezirk zwischenzeitlich ein Hotspot einfach wieder gewesen ist tja wir müssen uns halt an wir sind leider von der Politik abhängig das heißt wenn es ganz von oben kommt hey in allen öffentlichen Gebäuden ist eine Maskenpflicht dann müssen wir uns halt leider auch dran halten und können keine Ausnahmen machen und dann kam wieder die Diktatur ja oh man ja dass die Leute denn da vor allem ähm sind wir mal ehrlich das ist wahrscheinlich auch strukturschwache strukturschwache Familien oder Menschen die dort in der Bibliothek am Start sind oft oder? auch aber nicht nur also die Dame die uns als Faschisten dann beleidigt hat wirkte nicht aus einer Struktur schwachen Familie oh ok dafür sah sie zu gut aus war zu gut gekleidet und hatte ja Leute sind halt dumm und beleidigen uns und vergessen denn dass wir eigentlich Zugriff auf ihre Daten haben so ein bisschen mhm weil ich dass sie ja einen Bibliotheksausweis haben sind sie ja bei uns im System registriert und wenn man sieht was die ausgeliehen haben das ist mir auch passiert da wurde ich dann auch beleidigt und dann müssen wir das festhalten als ein Vorfall zum Beispiel das ist mir auch passiert wenn wir eine Bibliothekskartennummer haben und dann Namen dass man das festhalten kann wenn der schon mehrfach auffällig geworden ist dass man wirklich mal ein Hausverbot aussprechen kann ja dann und man sieht was die ausgeliehen haben wir gucken so ein System nach was ist gerade ausgeliehen mit der Signatur ausgeliehen worden aha ok war der oder die die es ist meistens nicht ganz intelligent von den Leuten instand zu beleidigen oder wenn Leute körperlich zum Teil auch anzugehen wirklich ich wollte gerade sagen wenn Leute irgendwie irgendwie Kollegen sind auch schon gespuckt worden klar das ist der Grund warum man einfach nicht im öffentlichen Dienst arbeiten kann weil man die ganze Zeit mit Menschen zusammen arbeitet und dann meistens mit welchen die nicht die aller hellsten Kerzen auf der Torte sind Moment habe ich gerade einen Grund gelernt warum es auf vielen Clubtoiletten schwarzlicht gibt das ist ja lehrreich ja naja Steroidnutzer finden auch immer einen Muskel in den noch eine Spritze rein kann das ist auch wahr das ist aber leichter das ist viel leichter in dem Krankenhaus in dem wir eine Station neu gemacht haben sobald wir nicht mehr auf der Baustelle waren mussten wir Masken tragen hochwitzig das sind wahrscheinlich die selben Freiheitskämpfer die mich zulappen weil ich Maske trage jetzt der Ton von Sarah super ja es lag am Internet lag am Internet ja gut also du du hast viel organisatorische und viel verwaltende Tätigkeit sag ich mal innerhalb der Bibliothek und sicherlich auch einen gewissen Faktor an Überwachung so ne also nicht nicht Überwachung im Sinne von hallo ich bin die Stasi sondern eher zu gucken dass alles vernünftig läuft dass dass die Leute irgendwie sich gegenseitig oder die Bibliothek nicht in Schutt und Asche legen und genau das ist was so vorne ab bleibt wenn wir unseren Thekendienst haben ist halt nur die Hälfte unseres Arbeitsalltages im Hintergrund ist es halt zum Beispiel ich unterstütze die Lektorate also Sachgebiete sind bei uns in Lektorate unterteilt die Bibliothekaren zugeordnet sind zum Beispiel gibt es eine Bibliothekarin die für das Lektorat Geschichte verantwortlich ist und da unterstütze ich zum Teil indem ich durchgehe was kann denn was ist alt was hat keiner ausleihen was kann also raus aus dem Bestand etwas was null Ausleihen uns bringt ist versaut uns irgendwo eine Statistik wir haben so und so viele Bücher aber davon werden so und so viele halt nicht ausgeliehen deshalb ist es halt für öffentliche Bibliotheken auch wichtig Zahlen zu machen denn je mehr Ausleihzahlen eine Bibliothek macht desto mehr Etat kriegt sie im nächsten Jahr zugesprochen und mit mehr Etat kann man halt immer aktuell sein kann besser aufgestellt sein kann vielleicht weit gefächerter sein was das Angebot angeht das ist schon wieder mega crazy wenn du wissenschaftliche Bibliotheken nimmst da gibt es Bücher die werden manchmal 20 Jahre nicht angefasst und dann brauchst irgendwer aber öffentliche Bibliotheken müssen um die Gunst der Kapitalzuweisung buhlen genau öffentliche Bibliotheken haben einen Verbrauchsbestand während hingegen es gibt auch die deutsche Nationalbibliothek die hat die Pflicht zu bewahren die hat die Pflicht zu archivieren sprich es gibt eine Abgabepflicht in Deutschland wenn ich das richtig im Kopf habe alles was über 20 Seiten Print ist was über Deutschland in Deutschland gedruckt wird muss Flichtexemplar in die deutsche Nationalbibliothek abgegeben werden weil die das bei sich archivieren und bewahren müssen wenn du jetzt zum Beispiel Modegeschichte studierst und dir angucken willst wie war die Katalogmode von 1780 bis 90 und würdest dir die Otto-Kataloge angucken wirst du eine deutsche Nationalbibliothek finde ich die werden da sämtliche Otto-Kataloge haben zum Beispiel ich weiß dass diese Bibliothek einige Ableger hat Leipzig und Frankfurt am Main genau und dass es ja zu diesem Archivierung und Bewahrungssystem so zu arbeiten gibt so wie die es gibt so ein NS-Archiv wo alle Sachen davon gespeichert jemals gedruckt wurden jede Wochenschau alles wird filmisch jede Zeitung alles wird da aufgerufen kannst du in so Magazinen praktisch dir alles angucken genau und zum Beispiel die Zentrale Landesbibliothek hat ja das Amerika Gedenkhaus in Berlin und die Stadtbibliothek und die Stadtbibliothek hat noch ein besonderes eine besondere Berlin historische Sammlung aber im Prinzip ist ja jetzt ein bisschen Chat diskutiert jetzt darüber dass Nischenbücher halt dann irgendwann verschwinden weil die öffentlichen Bibliotheken die müssen keine Profite machen aber die müssen eine gewisse Zahl an Bücher verleihen oder Verleihungszahlen erreichen um praktisch von der Stadt Geldetat zur Verfügung zu bekommen genau wenn die Nischenbücher halt einfach nicht gefragt sind dann kaufen wir sie dann nicht weiter oder schmeißen sie halt unseren Bestand halt raus weil es dann in dem Sinne toter Bestand ist der uns nichts bringt und in der öffentlichen Bibliothek ist das halt leider so das ist irgendwie crazy dass die Bibliothek xy an Ausleihungen haben muss um im nächsten Jahr Geld zu bekommen wieder oder gleiche oder mehr Geld das bekommt man immer nur die Höhe unterscheidet sich dann halt ja ja das ist ja wie jede Kommune oder jede Stadt oder so die dann Ende des Jahres nochmal 16 Baustellen aufreißt weil sie sonst wenn sie das Geld nicht verbraucht hätten im nächsten Jahr weniger bekommen würden das ist ja über den Zuteilungstopf überall das gleiche im öffentlichen System das funktioniert auch sehr sehr gut oh warte das funktioniert ja gar nicht naja egal ähm gibt's da Mein Kampf auch noch in der Nationalbibliothek mit Kommentar bei euch meinst du? Nationalbibliothek weiß ich nicht bei uns wir haben Mein Kampf es gibt ja die Fassung mit Kommentar kommentierte Fassung die gibt es durchaus in öffentlichen Bibliotheken Rausche schreibt gerade minus 15 Prozent wenn du Geld übrig hattest oh das ist ja auch nicht mal so wenig in der Nationalbibliothek ja da bist du auch also tatsächlich ist die originale Fassung von Mein Kampf ja nicht so ein wildes Ding du kannst das Buch ja besitzen auch ich hab ja auch eins das ist ja ja nicht so ein das ist ja kein so ein wildes Ding hm wenn ihr wenn ihr die alten Sagenbücher rausschmeißt ich komm vorbei was macht ihr mit Büchern die so aussortiert werden? was passiert mit denen? wir haben sie früher einfach weggeschmissen einfach entsorgt Bücherverbrennung ist das was? wir sind nicht am Babyplatz ja sagst du jetzt so jetzt haben wir es ist glaube ich eine Firma aus Frankreich oder irgendeine Organisation aus Frankreich die auch in Deutschland tätig ist wir haben die kriegen von den Kartons geliefert wir sammeln alles was wir aus unserem Bestand entsorgen was wirklich nicht mehr weiter zu geben ist schmeißen wir halt weg was halt räulig aussieht oder schon auseinander fällt und die werden halt gesammelt in die Kartons gepackt die holen sie irgendwann ab und werden dann da in Frankreich irgendwo wiederverwertet dass die in Gefängnisse kommen in Gefängnisbibliotheken kommen dass daraus neue Sachen gemacht werden ich kann euch sagen ich kann euch sagen ich kann euch sagen die sind nicht mehr zum Lesen die werden recycelt die Bücher die kennen diesen Prozess so ungefähr also da geht es ne die gehen nicht zum Restaurator also die werden recycelt daraus wird was anderes gemacht die werden umgearbeitet okay also aus öffentlichen Bibliotheken geht nicht zu irgendeinem Restaurator das ist dann höchstens bei wissenschaftlichen Bibliotheken okay also unterm Strich die Sachen die hier aussortiert werden vernichtet in irgendeiner Art und Weise auch wenn sie recycelt werden aber die sind auf jeden Fall nicht mehr buchig dann nee das ist wild also es war ganz früher noch so dass wir die auch in einem ständigen Basar halt präsentieren konnten die Leute was auch immer sie geben wollten halt eine Spendenkasse getan haben sich das Buch mitgenommen haben und irgendwann hieß es halt von ganz oben nee machen wir nicht mehr ist nicht mehr das ist lächerlich ich kann dir nämlich sagen du hast ja nun auch in einer wissenschaftlichen Bibliothek gearbeitet da war es gang und gäbe wenn dort Sachen aussortiert wurden dann dürften dann wurden die für so einen für den Obolus praktisch wurden die an Studenten verkauft und da ist alles weggegangen immer dann war es nämlich ganz oft so bei uns an der philosophischen Fakultät in Potsdam in der Uni war das in der Regel so dass ich hatte da immer so einen riesen Haufen Bücher eingekauft dass ich mit dem Fahrrad zweimal fahren musste weil die praktisch für die haben in der philosophischen Fakultät aus der dazu gehörte die Wissenschaftsabteilung für Geschichte für Religion und so weiter und da haben die so Bücher aussortiert die praktisch auch nicht mehr ausgedient wurden oder die halt schon wirklich sehr alt waren aber da war das so dann hatten wir du wisst ja du hast ja in der Fakultät manchmal so Fakultätsfeiern hatten die einen riesen Bücher Bazar aufgebaut und hatten die Bücher die sie aussortiert hatten praktisch da ausgelegt und das waren also das waren hunderte Bücher und am Ende des Tages war alle davon weggekauft und das halt für so für kleinste Summen ich hab zum Beispiel die ich hab die Bibel gekauft in der also mit beiden Testamenten in einer riesen riesen zwei riesen Schinken da hab ich glaube ich keine Ahnung vier Euro für bezahlt oder so und die ganze Geld ist dann praktisch in die in die Kasse der Fakultät geflossen also die haben versucht in der Regel ist es ja so dass ja auch alte Bücher oder welche also das ist ja so oft findet sowas ja Wiederverwertung oder Wiederverwendung ich find zum Beispiel das Konzept der Bücherschränke total cool das in den in vielen Städten ja gemacht wird ne was ja wie so eine so eine Tauschbörse ist so ein bisschen und so hat auch alte Telefonzellen die dafür dann benutzt werden genau find ich zum Beispiel mega cool und wenn man mal Zeit hat fünf Minuten wenn man auf der Bahn wartet in Potsdam ist das so dann kannst du da mal ran gehen und manchmal findet man da was Nettes oder okay ist natürlich wenn man jetzt sagt dass Bücher wirklich nicht mehr zu verwenden sind weil die schrott sind ja und weil die runtergerockt sind ohne Ende und man auch nicht mehr so viel Spaß hätte beim Lesen mag ich das verstehen aber es kam letztens vor meinem Urlaub einer an der meinte hier ich hab schon Ersatz gebracht das alte hat meine Tochter angeknabbert ja gut das dann ist ja fair dann kannst du dann auch nicht mehr weitergeben dann ist ja fair wenn dann eine ganze Ecke weggepressen ist also ähm Farbs mein lieber hau rein ähm wir haben eine schöne Zeit hab du eine schöne Zeit ähm okay also du du hilfst praktisch beim Aussortieren dieser Bücher wenn ich das richtig verstanden habe genau okay und stell unter anderem auch Listen mit weil ich selbst interessiert bin am Thema Geschichte was kommt neu auf den Markt was für Thematiken sind gerade aktuell Trend jetzt als die Kolonialzeit Deutschlands aufgearbeitet worden ist gab es ja auch viele Ausstellungen in Berlin was man dann hab ich dann extra nach Titeln gesucht die neu sind auf dem Markt dazu gerade mit dem Hinweis hey jetzt sind die Ausstellungen da oder hier die Prostische Stiftung hat eine extra Ausstellung gemacht oh ja was man dann da so ein bisschen dazu reinfüttern kann halt das ist ein aktuelles Thema hey wenn wir Bücher dazu haben wird es wieder ausgeliehen ich hab ähm vielleicht wissen ja nicht ob du das was sagt ähm ich hab äh ich hab äh ich hab das große Glück ich kenne jemanden der arbeitet im Bildungsministerium in Brandenburg oh hatte relativ relativ solide Position da und hat mir angeboten das ist jetzt natürlich alles unter uns ja alles unter uns dass ich auf den auf den auf den auf den Landessentral Shop für politische Bildung zugreifen kann und mir die ganzen Bücher die da drin sind mir da was aussuchen darf und da sind auch da sind äh genauso da sind ganz viele das zum Beispiel aus dieser preußischen Ausstellung habe ich ein Buch ich bin dann aus der letztes Jahr veröffentlicht zu der Kolonialzeitaufarbeitung ähm es sind richtig richtig viele coole Sachen da drin und ähm ich hab hier ich hab hier vielleicht ein Buch gefunden wo ich überlegt habe ähm wenn ich drei Stück davon bekomme und zwar äh wie heißt das der Soldat glaube ich von Sönke Neitzel und ich hab überlegt ob ich das an der Uni von ihm unterschreiben lasse und einfach eh ein Exemplar verlose sehr stabil oder? ja rein da das wäre da also sag mal so da würden doch alle geiern hier oder nicht? also wenn du so eine Chance das machst ja also ich hab ähm wenn du wie wie die Sache ist ich kannte ich ich hab diesen Katalog durchgeklickt ähm und ich bin ja nun auch ich hab ja nun auch ne kleine ne ich glaub ne Bibliothek darf man sich nennen ab 1000 Bücher oder? war das nicht so? selbst doch ne selbst doch irgendwie ne Vorgabe hab ich jetzt grad spontan nicht im Kopf ich glaub das war so du dürfst dich erst Bibliothek nennen ab 1000 Bücher glaub ich das war irgendwie so ähm aber sagen wir ich hab auf jeden Fall als als Geschichts- und ne ich hab ja nun auch viel Bums studiert und so ich hab auch viele Bücher viel Geschichtsbücher viel thematischen Scheiß natürlich auch paar Romane und äh Herr der Ringe und so Fantasy Stuff und so ähm aber ich hab angefangen diesen Katalog ein bisschen durchzuarbeiten zum Beispiel auch ein richtig krasses Buch was mich interessiert ist ähm die Antifa Porträt einer Bewegung äh von den 1920ern bis heute auch mega interessant dann viele Bücher zur Mark ähm aber eben auch äh ein Buch aus dem ich selber schon für ne Geschichtsarbeit relativ viel recherchiert habe äh von äh von Sönke dem Allerechtesten das ist ja auch ein riesen warte mal ich will euch äh das Buch heißt Deutsche Krieger äh von Sönke Neitzel das Ding hat einfach 800 Seiten da ist richtig da ist richtig das Brett ähm und das ist vom Kaiserreich äh zur Berliner Republik eine Militärgeschichte und das ist ein mega krasses Buch wie gesagt hab ich im in dem Guderian in der Guderian Arbeit hab ich ganz viel daraus ähm daraus entnommen und ähm wenn ich von dem Buch zwei Exemplare bekomme würde ich eins unterschreiben lassen oder ich würde vielleicht bitte unterschreiben lassen aber ich würde eins für die Community unterschreiben lassen mit irgendeinem coolen Spruch drin und würde das verlosen also sehr schön also ich sag euch wie es ist Original Autogramm von Neize hast du ein Buch über Stukas? ich hab tatsächlich ein Buch über Stukas mir kurvt nachdem alle versucht haben mich hier aufzuziehen damit aber ist so ne also ähm wollte ich eigentlich jetzt nur so als Zeitrocker mal erwähnen dass ich auch ähm total viel an so Büchern oder auch älteren Büchern oder so interessiert bin und auch versuche meine kleine meine kleine Buchsammlung mit ähm mit Sachen zu erweitern die halt in meinem Interessengebiet liegen ähm und ich kann das kann so die Faszination schon verstehen die man hast du selber bist du selber jetzt so ne so ne Büchermaus zuhause oder denkst du ja also ich hab also ich brauch bei mir gar nicht renovieren ich renovier das Wohnzimmer gar nicht die Wende weil alles vor allem mit Bücherregalen ist die auch mit Büchern gefüllt sind ich wollte grad sagen es wäre entweder du hast gar keine weil du die jeden Tag auf Arbeit hast oder du hast deine eigene Bibliothek zuhause ich hab meine eigene zuhause und was ich von Arbeit mir aus ist ganz ganz wenig weil ich weiß ich komm eh nicht dazu es rechtzeitig auszulesen oder zu gucken und wenn wenn man intern ist hat man so ein paar Tricks um nochmal zu verlängern nochmal zu verlängern nochmal 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 ohne dass man es mitbringen muss weil normalerweise ist es du kannst es zweimal online verlängern musst du es dann einmal vorlegen und wenn man intern ist hat man so ein paar Tipps und Tricks ich hab jetzt die neueste Biografie von Kaiser Nero die jetzt seit ein halbes Jahr ungeschlagen bei mir zuhause rumliegt weil ich nicht dazu komm die fertig zu lesen bist du denn aber mal liest du selbst viel ja früher ja mittlerweile bisschen weniger weil man kennt es vielleicht viel zu viele Hobbys und kommt halt nicht immer dazu zum lesen ne verstehe ich gar nicht also weiß ich jetzt nicht was du meinst so ähm gut ähm ja ja ähm mein Pile of Shame an Büchern ist ungefähr der gleiche Pile of Shame wie an Computerspielen ja kenn ich mhm ähm welche Stärken und Fähigkeiten braucht man dann für deinen Beruf so diesen muss man können ok ok da bin ich raus bin ich raus schon mal sind auch viele bei uns raus es fällt vielen schon schwer die Öffnungszeiten die Große an unserer Tür hängen zu lesen ähm aber was wollen die denn in der Bibliothek da frage ich mich auch ja ok gut dann fragen wir uns die Bete zusammen ja wir haben auch einen großen Bilderbuchbestand also man muss ja nicht zwingend lesen können und man kann Playstation spielen habe ich gehört ja und wir haben noch eine sehr große Auswahl an DVDs und Blueways die man ausleihen kann also die Streamingdienste steiggegangen sind in Corona ist das immer noch bringt es uns immer noch gute Zahlen die DVDs crazy weil ich habe nichts mehr ich habe nichts mehr hier zu Hause was eine Plastikscheibe abspielen kann das Thema ist halt durch ne also für mich jetzt persönlich für andere natürlich nicht ähm nur auch im Kinderbereich die Hörbücher laufen immer noch super du hast drei Fragezeichen ok das wurde vorhin übrigens im Chat schon irgendwo ob ihr auch Sachen von drei Fragezeichen habt und so ja weil das ist ja ein classy oder zum Beruf zählt halt auch ab und an mal eine Revision zu machen das heißt wir drucken da haben eine Liste wir drucken sie aus ja öffentlicher Dienst wir drucken aus wir haben auch tatsächlich auf Arbeit noch ein Faxgerät oh Gott und das wird auch noch genutzt oh Gott ja fun fact meine Arbeitszeiten muss ich digital eintragen druck ist am Ende des Monats aus und schick ist mit der Umlaufmappe weiter alter das ist wirklich alter das ist so peak deutsch und peak öffentlicher Dienst das tut mir richtig weh das tut mir richtig weh ja du musst deine Arbeitszeit digital erfassen und druckst sie am Monatsende aus alter ja ok ist eine guck mal guck mal hat gerade gefragt ob die Bibliothek staatlich ist und er schreibt nachdem wir das gesagt haben ok ist eine Behörde nevermind ja damit hast du die Frage einfach beantwortet ohne die Frage zu beantworten mehr ÖD geht nicht Faxgeräte und Umlaufmappen lieben wir Jessi Jessi wisst ihr genau Bescheid wie es ist also wie gesagt wenn wir Revision machen wir haben halt eine Liste von dem was da sein muss aktuell und gehen dann halt einmal die Regale durch und du möchtest nicht bei den Hörbüchern drei Fragezeichen Revision machen weil wir ungefähr 300 CDs haben drei Fragezeichen drei Fragezeichen Kids drei Aufrufezeiten und alle haben eine und dieselbe Signatur Kinderhörbuch 3 und unter 300 mal Kinderhörbuch 3 musst du immer den richtigen Titel finden das macht keinen Spaß das ist so eine Arbeit wenn man keinen Bock hat das ist die Hölle oh Gott Major schreibt auch grad ich erfasse meine Arbeitszeit auch digital und bekomme sie dann ausgedruckt zugeschickt um sie zu unterschreiben was was wirklich der deutsche Staat ist so ein so ein so ein es ist ein Meme einfach müsst ihr die Barcodes per Hand abschreiben das wäre dann der Beste also manchmal machen wir das wenn es um einzelne Titel geht weil manchmal wir haben zum Beispiel von Harry Potter wächst Tagebuch wo es Schule der magischen Tiere sind aktuelle Renner bei den Kinder Sachen haben wir halt mehrere Exemplare von einem Titel das heißt von Band 3 haben wir fünf Bücher da da ist der Bestellwunsch Band 3 und da ist die Frage ja welcher von den drei von den fünf Büchern die wir dazu da haben dann schreibt man sich den Barcode auf und kann halt direkt am Regal gucken ok welches von den fünf ist es statt alle fünf mit zur Theke zu nehmen und einzuscannen erleichtert tatsächlich da ein bisschen die Arbeit oh mein Gott so modern wie mit die Bibliotheken in den skandinavischen Ländern mit einem Roboter und dass man alles am Regal abscannen kann sind wir noch nicht werden wir auch nicht sein werden wir nicht sein sei einfach ehrlich wird nicht passieren nein nein noch besser wäre es wenn ihr den Barcode selbst zeichnen müsstet da hast bei Ki recht das würde ich auch witzig finden Mengenmanagement ein tragbarer Scanner wäre auch zu krass wir reden von einer öffentlichen Bibliothek in Berlin ist einfach nicht der wird dir klaut oder die versuchen irgendwas anderes damit zu machen kann man auch und selten das geklaut wird selten das geklaut wird nö gar nicht schaut immer drauf an was aktuell auch als Thema ist es gab eine Zeit da sind sehr viele Holocaust Sachen geklaut worden bei uns und jetzt als zweimal ein Rusti wieder groß im Gespräch war es sind viele Sachen von ihm geklaut worden achso ich dachte gerade du meinst nicht ernst dass nicht geklaut wird aber du hast mich nur hops genommen ja ich hab kurz ich hab kurz an die Menschheit belieft und hab dir geglaubt dass nicht in der öffentlichen Bibliothek in Berlin geklaut wird und dachte so Carsten wo bist du gerade mit deinem Ehre und das kann nicht sein die klauen von unseren Toiletten die Seife und die Klopapier rollen die klauen die Klopapier rollen auf Klo die klauen die Klopapier rollen auf Klo das ist ja geil und die Seife oh Gott erzähl uns mehr was wird noch geklaut ich will jetzt nichts wissen eigentlich wahrscheinlich wird alles geklaut wir haben zum Beispiel hatten wir mal einen großen Teddybären in der Kinderabteilung auf dem Sofa sitzen da haben wir extra wir arbeiten mit RBID auf Klebern und Tags und das ist irgendwie halbwegs zu sichern mit Gates haben wir extra einen Pack eingenäht in die Steife die er getragen hat damit er nicht geklaut werden kann die Playstation Controller haben auch alle einen Tag damit die nicht geklaut werden können oh Gott oh Gott du bist also auch halbe Security Fachkraft bisschen ja also besser als die Security der Bezirk einstellt sind wir Mitarbeiter allemal oh Gott Emig Frage Malupus Frage kann man als Autist mit schweren Depressionen in einer Bibliothek arbeiten ich suche nach einem Job der sich für mich eignen würde und das Arbeitsamt ist gemein naja wenn du bei uns ist die Voraussetzung du hast halt die Ausbildung abgeschlossen und wenn nicht dann haben wir immer noch ehrenamtliche Stellen da musst du dich aber immer ans jeweilige Bezirksamt wenden dafür musst du wahrscheinlich in Berlin wohnen oder? ja ich weiß jetzt nicht in welchen Städten das auch noch so ist ich kann nur sagen wie es in Berlin läuft wenn du irgendwo ehrenamtlich arbeiten möchtest oder irgendwo einsteigen möchtest immer ans Bezirksamt wenden die wissen oder haben eine Liste von ehrenamtlichen Stellen die offen sind die besetzt werden können aber zum Beispiel unsere Einstellhilfe das ist ich weiß nicht wie die Organisation heißt die aber auch mit körperlich und geistig beeinträchtigt Menschen arbeitet und da haben wir eine als Einstellhilfe zu gewiesen bekommen die halt mit Menschen gar nicht so groß arbeiten kann und die stellt halt wirklich bei uns nur ein mhm ich möchte hier ich möchte hier in den Kommentar von Lupo nochmal erläutern ist Klauen nicht Base Klauen ist nur Base wenn du nichts wenn du den Reichen wegnimmst aber wenn du in einer öffentlichen Bibliothek klaust klaust du das praktisch der Gesellschaft dann ist es nicht Base außer es ist das auch in meiner Ausbildung passiert es ist das Manifest von Karl Marx das wurde aufgeklassen und da dachte ich mir so okay das ist Statement ich habe das gerade Schrömpel hat gerade geschrieben warte Schrömpel wer hat das hier geschrieben ob du die Kapital manchmal in die Kinderabteilung stellst genau packst du das Kapital ab und zu mal in die Kinderabteilung ne aber es ist uns tatsächlich schon mal geklaut worden also ich sage wie es ist wenn das kommunistische Manifest oder Kapital geklaut werden würden ist es Statement und sollte man vielleicht einfach sagen ist okay ja vielleicht hat jemand das Buch verstanden ja aber ansonsten würde ich immer sagen wenn ihr jemandem was wegnimmt dem das dann weh tut und theoretisch klaut ihr in einer öffentlichen Bibliothek der Allgemeinheit ihr Wissensgut es wäre ziemlich asozial wenn ihr euch im Lidl oder im Aldi die Taschen voll macht oder im Mediamarkt oder Saturn und dann würde ich sagen scheiß drauf leben für lau würde da immer einen kleinen aber feinen Unterschied machen je nachdem wem du das wegnimmst wenn du jetzt der Privatperson zu Hause das Fahrrad aus dem Keller klaust da bist du ein Hurensohn aus Ende wenn du keine Ahnung wenn du irgendeinem Kleinunternehmer aus seinem aus seinem aus seinem Fahrradladen die Teile oder das Fahrrad klaust bist du auch ein Hurensohn wenn Lidl irgendein Zündab Fahrrad anbietet ähm für 500 Euro du klaust das dann scheiß drauf ich finde da gibt es einen kleinen aber feinen Unterschied natürlich alles nur in GTA RP das ist ja logisch wir reden ja hier von öffentliche Bibliothek sind wir offen für alle und jeder kann rein egal welcher hintergrund sozialen Hintergrund er hat welchen sozialen Status er hat scheiß auf Religion scheiß auf sexuelle Ausrichtung wir haben sogar großen Diversity Bestand in den letzten Jahren so aufgebaut und extra Gelder dafür sogar bekommen ähm scheiß egal wo du herkommst wer du bist was du sprichst jeder kann und darf in die öffentliche Bibliothek also du benutzt dich wie Sau dann wirst du halt rausgeschmissen aber wir bieten halt Wissen halt für alle einfach an ja wenn du die Yacht von Bezos Klaus scheiß auf vollkommen okay in die Bibliothek zu gehen du brauchst kein Geld zahlen um bei uns rein zu gehen und vor Ort Sachen zu lesen du brauchst nur Geld zum Ausleihen du brauchst nur Geld zum Ausleihen du brauchst nur Geld zum Ausleihen genau man kennt mich persönlich und kommt dann mal vorbei ah da kriegen wir was geregelt hier über den Daumen ja also ist auch nicht so selten ich mach halt wie gesagt ein paar Kinderveranstaltungen auch eine Star Wars Veranstaltung und dann frage ich halt ein paar Leute bei mir rum und wenn die dann halt kommen sag mal hey okay als Gegenleistung können wir dir anbieten wenn du Bock drauf hast stellen wir dir kostenlos halt einen Ausweis aus und manche nehmen das auch an weil sie selber Kinder haben und sagen okay dann kann ich online das Zeug nutzen oder kann bei mir weil egal welcher Bibliothek du dir in Berlin einen Bibliotheksausweis ausstellen hast der ist für ganz Berlin gültig für alle Öffentlichen das heißt Schrömpel meint gerade die gibt also einen Stream Rabatt wenn man dir so zuflüstert äh äh Plassenkampf oder so ja wenn das nicht auf YouTube kommt wenn das nicht einzugänglich ist dann ja also ähm rausstellt die Stelle hier müssen wir rausschneiden aus dem Video rausschneiden rausschneiden ähm fahren Klassenfahrt zur Saras Arbeitsstelle und dann nehmen wir ihr alle auf den Sack und sortieren die Bücher so falsch ein wieder und sagen so hier steht alles falsch dann schließe ich die Tür ab und dann könnte alles ach Jutta das wäre schlecht mit dem Code Klassenkampf 10 gibt es Rabatte Bruder Rabatte Rabatte mhm spare jetzt mit dem Code Klassenkampf alle mit dem Rücken nach hinten oh Gott wie asozial ähm Tür abschließen wenn wir noch drin sind das klingt super lustig mhm ich weiß nicht ob ich mit äh 100 Chaoten eingeschlossen sein will wie gesagt Polizei ist immer schnell da ja ich wollte gerade sagen gut also welche Stärken und Fähigkeiten braucht man denn so man muss äh sicherlich lesen können das ist wahrscheinlich in der Bibliothek eine Hütte Voraussetzung ja vielleicht ah soziale Kompetenzen aber dafür ist die Ausbildung einfach da ich bin auch super introvertiert und voll mit Anxieties und ich habe die Ausbildung auch gewuppt auch obwohl ich einen Tag vor der Abschlussprüfung jetzt gelernt habe man kennt's classy ähm aber dafür ist die Ausbildung da dir das beizubringen und dich langsam an den Thekendienst ranzuführen und zu lernen du hast halt nicht immer nur ein Klientel in der Bibliothek jeder Kunde ist anders und neu und auf jeden musst du dich neu einstellen das lernst du halt dabei also du musst nicht vom Peak auf alle Fähigkeiten haben du lernst es in der Ausbildung und selbst anschließend im Berufsalltag mit Berufserfahrung lernst du es halt auch mit all den Jahren mhm klar das ist ja über die Zeit immer so dass man in seine Berufe irgendwie rein wächst im besten Fall ja eben und immer offen für Neues sein jetzt sind wir halt auch im 21. Jahrhundert angekommen wir haben automatische Ausgleichgeräte und Rückgabegeräte wo man selber gar nichts mehr dran machen muss außer irgendwo rauf zu zippen auf den Bildschirm gab's vor 15 Jahren auch nicht bei uns wir vermitteln medienpädagogische Kompetenzen an die Kinder in unseren Führungen und auch Veranstaltungen das heißt die kriegen iPad in die Hand müssen digital eine Rallye veranstalten dass die auch da so langsam herangeführt werden an solche also tatsächlich machst du auch viel Kompetenzvermittlung wenn ich das jetzt so richtig rausgehört habe unter anderem auch ja also es gibt halt welche die also ich bin halt auch schon ein bisschen höher aufgestiegen innerhalb des Berufs also du hast ja im öffentlichen Dienst ja nach Tarif und da hast du ja Tabellen wo es dir ausgerechnet werden kann ich bin Stufe 5 ich bin E6 E7 E8 und innerhalb dieser Stufe kannst du ja auch nochmal höher aufsteigen je nachdem wie viel Erfahrung du bereits gesammelt hast naja Berufsjahre und so weiter genau und je höher du aufsteigst desto mehr Kompetenzen werden dir zugesprochen und desto mehr Verantwortung bekommst du auch das war ein Grund warum ich nicht studiert habe und viele haben anschließend noch studiert und ich dachte mir so ne ich habe keine Lust drauf wird mich nicht glücklich machen das Studium dazu und ich möchte keine Bibliothek ausstellen im Endeffekt weil dann muss ich Dienstpläne machen und Urlaubspläne und mit Krankmeldungen und hast du nicht gesehen und einfach kein Bock drauf dann kommen alle zu dir und heulen dich vor und da habe ich aber keine Lust drauf ich werde einfach nur mein Ding machen und fertig ist muss man ein kleiner Bücherwurm sein um in der Bibliothek arbeiten zu können schon oder? nicht wirklich mehr heutzutage also automatisch wenn du da arbeitest und jeden Tag die Regale ordnest oder auch mal einstellst morgens für unsere Einstellhilfe leeren wir die Bins halt alle komplett aus damit sie sich nicht ganz also ich bin halt ein sehr kleiner Mensch und sie ist halt auch relativ gering von der Körpergröße dass wir nicht halb mit meinem Körper im Binnen unten stecken weil die nach unten gefahren sind weil das so viele Bücher sind gerade im Kinder- und Jugendbereich wenn da ne Mami ihre 20 Bilderbücher abgibt das sind drei Mamis hintereinander und nur wer mit Büchern arbeitet weiß wie schwer Bücher eigentlich sind Hast du so einen geilen Wagen zum rumrollern? Ja, da haben wir mehrere von Geil so ein Rumschieberwagen wo so Bücher drauf gestapelt sind Bücherwagen die heißen tatsächlich Bücherwagen bei mir heißen die Wagen für Büchers geht auch und dadurch wenn du da täglich damit zu tun hast mit dem Bestand dann weißt du irgendwann was wird grad super ausgeliehen ich lese persönlich keinen Sebastian Fitzig aber ich weiß durch meine Arbeit ist absolut gefragt ist absoluter Trend im Spannungs- und Krimi-Bereich Weißt du du wirst ein bisschen du wirst ein bisschen die Bestseller die viel gelesen werden genau es kommt automatisch wenn du tagtäglich in dem Beruf tätig bist allein weil die Leute zu dir kommen und fragen ja ich so nach dem und dem Autor dem und dem Titel oder was ist das Neueste was sie von dem haben Zeigst du den Kindern auf wie sie die Wald über die flache Erde finden? Nein Ganz klar Nein Also solche Bücher haben wir auch nicht bei uns also die Frage wir haben die Frage war mit einem Kapper dahinter ja schon geahnt also wir haben Sachbestand auch für Kinder und für Jugendliche die teilen sich bei Kindern in einem 4.3 auf und in einem 6 auf 6er ist sowas Ende Grundschule Oberschule anfängt und 4.3 so Kinder Daten 1. 2. 3. Klasse Okay Schrömpel hat gesagt der Kapper war aus Versehen übrigens der meinte schon ernst gemeint habe ich gesagt du tagtäglich dabei zu tun hast da die Regaloordnungen das weißt du ich habe es nicht auswendig gelernt aber ich weiß 4.3 Biologie 186 sind die Dinosaurierbücher jetzt habe ich noch jetzt noch eine Frage dass du dir die Systematik auswendig lernst du irgendwann wenn du so oft gefragt wirst nach irgendwelchen bestimmten Thematiken und Sachen kennst weißt du ganz genau unter welcher Systematik diese Bücher stehen früher also eine Sache die ich so aus so alten Buchläden kenne und so oder auch so ein bisschen was man vielleicht eben auch als Schubladendenken so mitbringt dass Bibliothekare oder Bibliothekarinnen die ganz viele Bücher auch gelesen haben und dir fast zu jedem so ein ne also ich gucke ja aktuell so nebenbei Jan Sheldon als Serie und da ist immer so da kommt Sheldon immer rin und sagt so immer ich brauche ein Buch zu dem und dem und dann sagt die ja warte habe ich hier da habe ich hier fünf Bücher ich habe die Hälfte schon erlesen das ist halt aber nicht mehr so oder also das ist es war früher mal so dass dafür wirklich Arbeitszeit auch aufgebracht worden ist Bücher zu lesen krass und zu wissen worum geht es was kann ich empfehlen aber mittlerweile absolut gar nicht mehr okay weil erstens die Zeit nicht mehr dazu da ist und zweitens kriegen wir sowieso von den Verlagen ständig Kataloge zugeschickt oder sind auf es ist tatsächlich Bildungsausflug dann für uns wenn wir sagen wir gehen auf die Leipziger Buchmesse oder Frankfurter Buchmesse um einfach zu sehen was wird denn publiziert im nächsten halben Jahr was kommt denn da neu also hast du praktisch hast du praktisch über die Bücher auch nicht mehr so wie Rausch jetzt gerade schreibt mehr wissen als der ein Band hergibt nö also manchmal auch gar keins weil ich den Autoren nicht kenne jetzt wo die ich weiß nicht kenne ihr Namen nicht auswendig die ich in Nitze Nitrat und Nobelpreis gewonnen hatte keine Ahnung da musste ich googeln wie die überhaupt geschrieben wurde weil interessiert mich persönlich nicht ist nicht nichts was ich privat lesen würde oder so ich glaube mittlerweile ja auch so dass man selber erstmal nachgooglen muss weil ich hab ja mittlerweile auch so viele Bücher dass du auch ja nicht alles kennen und wissen kannst ne aber ich hab aber hier Spiky vielleicht ist eine wichtige Frage vielleicht willst du uns dazu Informationen anteilen Spiky sagt hat Sarah ein Dutt weil Bibliothekarinnen müssen ein Dutt haben nein und eine Brille und eine Kette an einer Kette nein na gut okay Spiky ist jetzt wahrscheinlich diese Brille brauche ich mittlerweile aber sie hängt nicht an einer Kette ja du hast jetzt Spikys Bild zerstört das ist gut dass du es gemacht hast das ist auch wichtig Spikys Bild sollte regelmäßig zerstört werden das erdet ihn nämlich ähm und bevor wir im Fragebogen weitermachen äh ne persönliche Frage kennst du Blinkist wenn ja wie findest du es nein kenn ich gar nicht okay gut dann das hat mich bisher auch nie interessiert weil noch irgendwo ein Abo abschließen noch irgendwo was bezahlen für einen weiteren Streaming Dienst wo ich denke ich na Blinkist ist so ein ist so ein ich weiß nicht wer vorhin das gesagt hatte er braucht das Buch in der Hand so bin ich halt leider auch hm okay ich brauche das Buch in der Hand und ganz ganz wenig mache ich an einem Tolino ich lese weil ich weiß okay das ist jetzt eine komplette Reihe die ich habe da muss ich mir nichts ausleihen keinen Stress keine Hektik würde ich mir auch nicht kaufen oder so ähm aber sonst größtenteils ich brauche das Buch wirklich noch physisch in der Hand okay bei Blinkist ist es so da werden die Bücher in so 10-15 Minuten auf die grundlegenden Inhalte zusammengefasst und die halt vorgelesen ja aber war für mich bisher nie wirklich von Interesse und wenn mich was wirklich interessiert dann nese ich es halt wirklich komplett das Buch ist okay war ja nur so eine Frage Jesse schreibt gerade das weil ich Buch muss in die Hand und ich habe ein Tod und eine Brille so wir haben offene Stellen wir haben ganz viele offene Stellen Jesse arbeitet schon im ÖD ich glaube passt hier ähm was gibt es denn so für Besonderheiten oder Herausforderungen also keine Ahnung irgendwelche Sachen wie Arbeitsleitung ist das anstrengend ist irgendwas davon gefährlich ich meine ich lobe nicht oder gibt es irgendwas was so was so eine Besonderheit oder irgendeine Herausforderung darstellen könnte so gefährlich so gefährlich so an sich nicht ja ich habe dieses klappbare Cuttermesser in der Kinder- und Jugendabteilung in der Theke ja aber überwiegend nur wegen dem 3D-Drucker den wir da zu stehen haben ihr habt einen 3D-Drucker? ja und da können jetzt irgendwelche wir sind sehr viel ja also wir sind in Planung das für die öffnen das für das Publikum halt auch bereitzustellen und dann aber überlegen wie wir das machen mit einem Konzept ob man uns jetzt eine E-Mail schreibt mit der Datei im Anhang und wir sagen okay gegen eine kleine Spende drucken wir das dann ist das fertig zum Abholen oder ob die vorbeikommen müssen wir sind dann überlegen wie wir das machen und ich habe schon selber auf zum Beispiel den Feuerkelch gedruckt aus Harry Potter in den Veranstaltungen halt ähm habe Hausabzeichen gedruckt damit die sich was zum Anhängen haben ähm keine Pokémon Blumentöpfe weil wir ein bisschen grüner in der Bibliothek werden wollen und das halt einfach mehr WinCooker ist als eine Schnöder oder Blumentopf und wenn es die Datei gratis zum Drucken gibt ja come on okay okay aber wir haben 3D-Drucker wo auch demnächst halt Nutzerinnen und Nutzer ankommen können und sagen können hier ich habe eine Datei das möchte ich gerne gedruckt haben immer machen und um das meistens von der Platte wieder zu lösen ist einfach dieses Cuttermesser da oder auch zur Not habe ich den Kollegen gesagt wenn die Jugendlichen wieder kommen die Rabatts machen du könntest eine kleine U8 3D drucken könnte ich machen wenn ich irgendwo eine Datei dazu finde ja das wäre stabil ähm gut ja also wahrscheinlich sind ist jetzt mit Besonderheiten oder Herausforderungen ja nicht so wild man muss halt jeder Tag eine neue Herausforderung man muss man muss Bock haben auf Menschen richtig? ich habe keinen Bock auf Menschen aber mach den Job trotzdem so gesehen so gesehen ist jeder Tag eine neue Herausforderung weil du weißt nicht wer kommt du hast so deine speziellen Homies wo du weißt bei manchen die die sind total umgänglich und okay es gibt ein paar spezielle man sich oh Gott nicht der schon wieder hast du deine Pappenheimer die auch jeden Tag kommen und meistens ist es dann eine Mutti die gefühlt dreimal am Tag an ihrem Heli leckt die dann unheimlich angegriffen fühlt weil man hier nicht den Hintern küsst keine Ahnung also es kann immer ein einziger Mensch sein der dir den Tag eigentlich versaut ähm aber wie Lupo geschrieben hat du kannst so Hammer und Sichel 3D drucken und dann machst du sie so machst du sie ans Regal wo der kommunistische Manifest steht nein wir müssen politisch neutral bleiben da es fällt mir jedes Mal schwer wenn ich eine aus doch es fällt mir jedes Mal schwer ich will das nicht wenn ich eine Ausstellung mache mit gegen Faschos weil es waren ja die ganzen Aufmärsche gewesen die ganzen Demos gewesen Anfang des Jahres und dann holen wir halt alten Bestandteil hervor präsentieren ihn ein bisschen besser mit Plakaten und so weiter dann wird es auch ausgeliehen weil es im Blickfeld der Leute einfach ist anstatt irgendwo hinten in einem Regal zu verschwinden und ich explizit dazu kein Plakat gemacht habe weil ich weiß persönlich kann ich nicht politisch neutral bleiben und das wäre schwer gewesen als Lehrer ist das ja genau das gleiche da musst du auch politisch neutral bleiben und das kann ich auch nicht ähm gut wie wenn du möchtest kannst du was dazu sagen du hast ja gerade schon so eine Gehaltsgruppe irgendwie angeteast ähm wie steht es um die Bezahlung ist die gut schlecht reicht die aus wie mehr geht immer wir wissen es kann jeder sich ausrechnen ist eine Tabelle die es online überall einzusehen gibt ich bin eine E6 auf einer Stufe 4 bin aber ist eine Vollzeitstellung ich habe freiwillig Stunden allerdings reduziert auf 30 Stunden 4 Tage Woche und habe zwischen 1, 8 und 1, 9 war es am Ende raus tendieren zu 1, 9 das ist ein bisschen der Unterschied zwischen freier Wirtschaft und die Leute die im öffentlichen Dienst beziehungsweise nach Besoldungszabelle arbeiten da ist das irgendwie mit denen mit diesem ich sag wie viel ich verdiene ja nicht so ein wildes Ding weil die alle das sehen können kannst du ja einfach sagen ja ich habe A12 oder A14 oder A9 mit Erfahrungsstufe 5 oder so dann kann jeder das sehen da ist es mir auch aufgefallen dass du da dass in diesem in diesem Fakt wenn du öffentlich besoldet bist dass das dann ja nicht so ein riesen Diskussionsthema ist nö und vor allem es gibt da auch keinen Gender Pay Gap weil alle halt gleich bezahlt wenn nach einem Tarif nach der Tabelle gut okay also sagst du für 30 Stunden kommst du klar ja also ich lebe alleine habe eine kleine Wohnung ist aber auch nicht teuer keine 400 Euro warm von daher ich komme super damit klar und das ist halt habe ich schätzen gelernt in der Corona-Zeit auch wir hatten Lockdown im öffentlichen Dienst tätig zu sein das halt bist du zuhause gelieben hast aber trotzdem den ganzen komplett das Gehalt bekommen einfach ja das ist nicht so für zuhause sitzen für alle Teile ist das ein Squid durchzocken zuhause hast du dein volles Gehalt bekommen beste Leben wann nächster Lockdown eigentlich wann nächster Lockdown ja habe ich mich gefragt seitdem der letzte vorbei war wann wieder Lockdown so ein schönes Leben aber du wohnst wohnst du in Spandau oder ja ja Spandauer wohnen ist natürlich ein bisschen günstiger auch ja ich habe auch kein Problem mit Spandau so Spandauer dissen dürfen nur Spandauer davon mal abgesehen wenn jetzt irgendeiner was im Chat schreibt ne dann wird zurückgedischt Spandau ist Brandenburg lese ich schon ja ich habe auch einen Friedhof bei mir in der Nähe also ich finde es in Ordnung ist ruhig ne Spandau ist Brandenburg 400 Euro warm ist doch nicht Berlin Spandau ist ja auch nicht Berlin stimmt wie viel bekommt man am Anfang der Ausbildung ich weiß das jetzt aktuell nicht mehr bei mir waren das glaube ich rund 700 noch was das ist halt auch ein paar Jahre her Verdi hat das ist das Gute an Verdi dass die regelmäßig halt auch da ein bisschen pushen ich weiß nicht wie viel die auszubildenden mit da kriegen aber müsste auch irgendwo in der Tabelle einsehbar sein das ist halt noch Sondervergüterungen hier Berlinzuschlag und Firmticket und hast du nicht gesehen Fincher hat von Jessi wahrscheinlich gerade eine Fresse kriegt nachdem er geschrieben hat gibt kein Gender Pay Gap weil alle nach Frauentabelle im ÖD bezahlt werden der tut weh also ich kann nur für meine Branche sagen dass wir bei uns es ist fast ein reiner Frauenberuf also wir haben bei mir im Haus einen einzigen Mann und es sind glaube ich bis jetzt durchrechnen keine fünf Männer die bei uns im Bezirk in den Bibliotheken arbeiten krass das sind tatsächlich überwiegend Frauen ja das ist eine heftige Quote ja Jessi hat an der Corona Hotline gearbeitet und hast keinem warst im Lockdown nicht zuhause uff ja das war bei uns aus ging aber alphabetisch nach dem Namen und da mein Nachname sehr weit hinten im Alphabet ist hatte ich Glück und musste nicht wurde nicht in die Hotline eingesetzt weil das soweit gar nicht kam aber andere Kollegen die die schon am Anfang des Alphabets stehen mussten tatsächlich ins Gesundheitsamt und da an der Hotline arbeiten krass an Frau Given hat ich gerade geschrieben ich habe gerade gelernt dass trotz Sparkurs in meinem Konzern die Topmanager mehr Geld bekommen ja das ist Kapitalismus klingt dafür stark nach Zickenkrieg oder und warum nur weil Frauen mehr weil überwiegend Frauen zusammenarbeiten muss man doch nicht automatisch Zickenkrieg haben oder es kommt auch immer auf die Person halt an und auf das Haus also bei uns ist alles cool und gechillt wir sind ein cooles Team und coole Kollegen alle da kann es manchmal sein hat man auch mal von anderen Bezirken gehört wenn da jetzt eine Junge ankommt die eine höhere Position als ältere Kollegen haben dass da dann so ein bisschen Gutenwissigkeit dann halt ist sozusagen aber bei mir zumindest nicht wir sind alle erwachsen wenn uns irgendwas stört dann sagen wir da ist ein Punkt und im Endeffekt man muss mit denen privat auch nichts zu tun haben es gibt auch ein zwei Kollegen mit denen ich überhaupt nicht kann ich habe sogar schon mal einen Antrag auf Versetzung gestellt damit ich aus dem einen Haus in ein anderes versetzt werde weil ich mit der Hausleitung überhaupt nicht klar gekommen bin bis hin zum ich saß dreiviertel Stunde im Klo eingesperrt und habe nur geheult Ok, bist du lieben es gibt halt immer Leute es gibt halt nicht immer eitler Sonnenschein haben Idioten gibt es halt immer und überall sage ich aber es gab halt eine Lösung und mit der muss ich privat einfach nichts zu tun haben und so beruflich habe ich jetzt durch dass ich im anderen Haus eingestellt bin auch nichts mehr zu tun Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps so kenne ich das auch es ist beruflich es bleibt halt professionell beruflich und dann ist weil der Dienst vorbei ist ist mir das dann auch egal ne ne weil macho meint stimmt schon ab und zu dass wenn viele Frauen aufeinander arbeiten dass das schon sein kann dass da dass da rum aber das ist überall so man das hat mit den Menschen zu tun auch wenn überall Männer zusammen arbeiten dann ist das auch nicht immer geil das hat einfach mit Menschen zu tun nicht mit dem mit dem Geschlecht ähm zu sehen was Schrömpel geschrieben hat muss man doch ähm gar nicht als Lehrer oder wenn du als Lehrer politischen politischen Kurs fährst hast du mega viel du hast super viel du hast weil wenn Eltern davon mitbekommen und du hast zum Beispiel rechte Eltern und du machst du 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 machst soziale oder sozialistische Politik oder stellst irgendeine politische Richtung mehr heraus als eine andere Eltern bekommen das irgendwie mit du hast übelsten ihr Rennen du hast übelsten Riesenbums also eigentlich ähm für uns wir haben bei uns hat man beigebracht dass wir uns relativ neutral positionieren sollen oder müssen weil es ansonsten ein riesen Aufwand ist wenn du weil dir immer alles ausgelegt werden kann der kann alles der kann alles ausgelegt werden ähm da dir können nachher Leute die können ja an Karren pissen die nicht in deinem Unterricht gesessen haben und dann von irgendwem gehört haben ja aber der hat jetzt gesagt dass ja eine andere Art von 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 Politik besser ist oder bla oder so du kannst als Lehrer nicht politisch sein so dann hast du mehr Ärger als du brauchen kannst also und vor allem gibt es ja auch immer wieder Verfahren gegen Lehrkräfte wenn die sich politisch äußern ne ihr habt ja irgendeine Lehrkraft auch die gesagt hat jo äh AfD sind alle Nazis und dann hat die AfD äh Anzeiger dagegen erstattet und hat Anif ist Anif versucht richtig dagegen vorzugehen ja dieser Karsten meint der Stalin ist toll okay nein egal Anforgiven muss morgen paar Dinge umverteilen in der Arbeit ja verteile Geld einfach in deine Tasche so ähm wie viele Stunden du arbeitest hast du schon gesagt 30 Stunden pro Woche hast du ja freiwillig reduziert normalerweise ist das eine 40 Stunden Stelle ne 38,5 oder so okay dann wie man also bei uns sind alle Stellen Vollzeit 38,5 mhm wie man wie man ähm wie man ähm Bibliothekar oder wie man wie war das Fach sag mal nochmal den kompletten Namen Fachangestellte für Medien und Informationsdienste im Fachbereich Bibliothek ja habe ich vergessen schon wieder aber danke dass du es gibt auch noch vier weitere Fachbereiche in denen man lernen kann welche sind das Archiv ja Bilddokumentation ja Information Dokumentation und medizinische Dokumentation und Information also bis auf medizinische Information und Dokumentation gleichen sich die Ausbildung stark bei der medizinischen äh arbeitest du viel mit Krankenkassen zusammen nennst die ganzen Kodierungen die dann auf Krankschreibung zum Beispiel draufstehen musst Krankenakten aktuell halten Patientdaten aktuell halten und da kommst du halt auch nur rein wenn du halt du bist also du bist ein professionell ausgebildeter Papierwälzer kann man sagen ja und Datenbanken nice ähm was wir ganz stark in der Ausbildung gelernt haben war mit Meta-Datenbanken klar zu kommen genau nachdem zu recherchieren was wir wissen wollen das ist übrigens auch ein richtig großer Teil im Studium das ist auch ein richtig großer Teil im Studium auch Datenbanken und so weiter das ist ein riesengroßer Teil im Studium deswegen wie man das wird also man macht entweder genau diese Ausbildung man kann Bibliothekswissenschaften oder man kann auch irgendwas Richtung Archivstuff studieren also ich weiß dass es da mehrere Studiengänge gibt auch wie sieht es aus mit Quereinstieg meistens ist es dass man die Ausbildung zuerst macht weil die halt für Studium angerechnet wird mhm weil du durch die Ausbildung halt den ganzen praktischen Teil ja schon in der Tasche hast ja und und ähm also ist ja praktisch man könnte als man sieht die Ausbildung dann als Aufbau zum Studium und hat es dann ein bisschen leichter wahrscheinlich genau genau und was mit Quereinstieg in den Beruf gibt es da irgendwie Möglichkeiten weil du meintest vorhin dass man bei euch nur mit der Ausbildung arbeiten kann ja also es war mal im Gespräch weil wir halt so knapp am Personal so große Personalnot haben auch Fährensteiger zu nehmen aber ist dann auch wieder gekippt worden warum weiß ich nicht also ich wenn du smart bist was drauf hast eine schnelle Auffassungsmöglichkeit hast dann ich kenne privat auch so viele Leute wo ich sage ich würde die drei Wochen an der Theke annennen was die alles von der Software müssen 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 Anmeldung Geld kassieren etc. in drei Wochen haben die es drauf wir können ja in die Theke setzen Punkt mhm also so für die reine Thekenarbeit ist das jetzt alles nicht so kompliziert ja nur wenn man halt Hintergrundarbeit macht hier Veranstaltungen planen und diese Förderung und Kooperationsarbeiten und hast du nicht gesehen Bestandsaufbau braucht schon ein bisschen mehr also für die reine Thekenarbeit den Kunden zu betreuen pfff vielleicht drei Wochen angelernt zu sein wenn du was drauf hast und dann geht's Tja aber weißt du ja wir haben Fachkräftemangel nur keiner will Fachkräfte ausbilden und so ja magst du was über deinen akademischen oder beruflichen Werdegang erzählen ein bisschen hast du ja schon erzählt aber du kannst ja nochmal ein bisschen früher ansetzen wenn du magst ja ja ich habe Fachabitur gemacht habe in dem Lauf halt halbes Jahr schon in der Bibliothek gearbeitet und bin darüber überhaupt auf die Ausbildung halt gekommen weil Jobcenter hat mir auch nicht geholfen die waren überrascht dass es sowas als Ausbildung überhaupt gibt Ah Lassi hab dann die Ausbildung gemacht ja hab die Ausbildung gemacht und war zwischenzeitlich nach der Ausbildung zwei Jahre in Hamburg einer wissenschaftlichen tätig bin dann wieder nach Berlin zurückgekommen war auch mal in der zentralen Landesbibliothek tätig und bin dann wieder in meinen Ausbildungsbetrieb zurück und seitdem bin ich da wie warum hast du dich für diesen Beruf entscheiden also weil du gerade meintest du bist irgendwie über dieser Arbeit in der Bibliothek auch überhaupt auf den Ausbildungsberuf bekommen wie ist das passiert also warum bist du jetzt in der Bibliothek gelandet zum Arbeiten einfach aus Eigeninteresse oder aus mach ich jetzt einfach ja und dann hat dir einer da erklärt ja aus Eigeninteresse aus Eigeninteresse und ich dachte mir ja Bibliothek ist was was mich anspricht ähm und warum genau das dieser Bezirk war weiß ich nicht mehr das war 2006 da hab ich dann das Praktikum gemacht und ich fand's halt geil ich fand's toll und da haben die angeboten ja hier wir haben wir reden auch aus wirf dich mal und da hat's geklappt okay und dann hast du gesagt äh ich bin jetzt drin in den Büchers ja und Spikey ist auch manchmal in den Büchern ja wie in den Büchern will ich gar nicht wissen da dreht sich da dreht sich's manchmal so ist Spikey in den Büchern ähm hast du ein Lieblingsthema zur Ausbildung zählt halt auch nochmal zur Ausbildung da zählt auch dass du äh Pflichtpraktikas machen musst in der Ausbildung hast du in der öffentlichen musst du ein Pflichtpraktikum in der wissenschaftlichen Einrichtung machen und je nachdem welche Fachrichtung machst musst du nochmal ein Pflichtpraktikum in eine andere Fachrichtung halt machen und bei mir war's zum Beispiel ich hab in einer Staatsbibliothek ein Praktikum gemacht für sechs Wochen und auch im jüdischen Archiv einmal für sechs Wochen mhm mhm in der neuen Synagoge die am hier in der Oranienburger Straße ist in Berlin ja und soll halt einfach einen Anreiz bieten hey guck dich mal ein bisschen weiter um in dem Bereich vielleicht gefällt dir das ja mehr oder hey wo unterschiedlich sind die Ausbildungen gar nicht ich fand jetzt die Staatsbibliothek absolut furchtbar und die Leute auch absolut furchtbar waren das ist ja so spezifisch in so einer großen wissenschaftlichen du hast ich kann mich noch einen Fall erinnern du hast einen Datensatz von einem Periodiker Periodiker ist halt sowas wie eine Zeitschrift oder was halt regelmäßig erscheint und da war irgendwo ein E zu viel und die waren den ganzen Tag beschäftigt aus jedem einzelnen Titel dieses Datensatzes dieses eine E zu löschen und dachten wir so ey ich würde bekloppt werden und ich dachte schon am Tag sitzen und einfach nur auf eine Taste am PC trinken ich würde bekloppt werden Meinst du die sind etwas pedantisch da? bisschen ja einfach der Umgang untereinander miteinander dachte ich mir zum Teil okay weird flags da hat man einen halben Nervenzusammenbruch bekommen weil man ins Magazin gehen musste um zu helfen weil Prüfungszeit einfach war da ist in jedem Magazin viel los in der wissenschaftlichen Bibliothek ja weil die da aushelfen mussten ich dachte mir so Magazinarbeit das Geilste du hast keine Leute um dich rum keiner stellt dir eine dumme Frage hast deinen Wagen deine Liste von dem was bestellt worden ist holst du es aus den Regalen raus schickst weg fertig kannst du deine Musik nebenbei hören hast Musik auf den Ohren eigene Menschen um dich rum geil und die sind da durchgedreht weil die ihren PC-Platz verlassen mussten ich dachte mir so okay hier möchte ich nicht enden also die haben dann auch die haben dann auch ganz wenig von der von der eigentlichen bibliothekarischen Arbeit die macht meinst du sondern nur ich glaube manche Positionen ja ich glaube manche Positionen ja okay also gerade sowas wie Staatsbibliothek du hast ja auch die verschiedenen Abteilen wie gerade auch für Sprachen Südostasien und den ganzen Kram da hast du welche die für den Publikumsverkehr da sind nur welche die wirklich nur fürs Magazin da sind die Staatsbibliothek hat ja auch eine Buchbinderei dann hast du nur Leute die nur dafür tätig da sind weil in so einem großen Haus in so einer großen Einrichtung kannst du halt nicht ein 20 Bibliothekare haben die einfach alles machen gerade wenn es so spezifisch nach diesen Fachrichtungen einfach geht du kannst ja in keiner wissenschaftlichen Bibliothek haben du einen Typ nur hast der für alles einfach zuständig ist ja 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 du hast ja du musst ja in Teams organisiert sein also wenn ich die Größe von solchen Bibliotheken selbst unsere die wir am Campus hatten in mehrere Bibliotheken selbst da haben auch immer mehrere Leute drin die arbeiteten immer vier, fünf gleichzeitig wir haben hier noch Matja hat gefragt wie läuft das mit der Digitalisierung von alten Werken wird das auf Bibliotheken aufgeteilt oder wird das irgendwo zentral gemacht wenn überhaupt also bei uns in den öffentlichen findet das gar nicht statt das sind dann wirklich nur wissenschaftliche ich glaube die deutsche Nationalbibliothek digitalisiert sehr viel weil die halt diese Pflicht zum bewahren einfach haben zum archivieren haben aber den öffentlichen gar nicht das ist übrigens wenn ich jetzt aus meiner Studienzeit und so was wäre es für ein Traum klar dass Leute Bücher in der Hand haben wollen und daraus recherchieren und die Bücher die wir haben all good aber das wäre so geil wenn du einfach den kompletten Bestand an allen Büchern in einer weltweit zugänglichen Bibliothek einfach also wirst du wie ich meine also die digitale Superbibliothek das wäre so geil wenn du wie einfach Wissen zugänglich macht werden könnte über die Art und Weise weil selbst wenn du jetzt es ist ja manchmal selbst wenn du innerhalb des wissenschaftlichen komplexes arbeitest kannst du ja nicht auf alle Sachen zugreifen wir dürfen ja zum Beispiel nicht mal alle Sachen zum Beispiel aus Berlin aus den aus den aus den wissenschaftlichen Bibliotheken ausleihen digital manche bei solchen Sachen müssen wir vor Ort fahren oder oder also ist ja irgendwo ein bisschen im Aufbau der Bibliotheksfeld wenn man mal googelt dann findet man die World Library of Science es ist halt englisch sprachig aber ist halt eine globale Gemeinschaft Community sozusagen die halt online sehr viel zur Verfügung stellen wo wissenschaftliche Texte Artikel in der wissenschaftlichen Arbeit geht es ja nicht nur um Texte aus Büchern sondern Zeitschriftenartikel die zum Beispiel veröffentlicht worden sind die da halt digital zur Verfügung gestellt werden die Sache ist halt wer jetzt die Leute im Chat schreiben die Bibliothek von Alexandria Internetarchive nur im besser Google Books der Punkt ist ja es geht ja darum dass man dieses ganze Wissen der Bevölkerung irgendwo gesammelt kostenlos zur Verfügung stellen sollte und kostenlos ist ja schon mal nie das ist ja schon mal das ist ja Sozialismus geht ja ja nicht also kostenlos geht ja schon mal ja nicht hm keine Menschen wo muss ich unterschreiben ja ist halt nur ein Teil der Arbeit nur ein Teil der Arbeit leider ähm ja wenn du dich explizit in der wissenschaftliche auf einer Magazinstelle bewirbst und die kriegst dann ist das auch wirklich nur das Rausche schreibt er findet die Möglichkeiten ganz cool ist es schwierig sein Wissen zu erweitern wie sehen die Fortbildungen aus bei euch? die finden über die Universitäten statt mhm da hauen die einmal im Jahr raus was wann für Fortbildungen stattfinden und man kann das durchgehen und sagen ja das ist was für mich das will ich machen weiß dass du dich in der Katalogisierung fortbildest oder in der Buchbinderei oder in Konfliktmanagement also das ist weit gefächert oder es gibt halt andere von anderen Bibliotheken so Fortbildungen da war ich jetzt dieses Jahr D&D oder Rollenspiel allgemein in Bibliotheken und wie man da Konzepte für Kinder und Jugendliche erstellen kann D&D einfach ja dass man so Konzepte erstellt hey um vielleicht Jugendliche mal heranzuziehen und damit ein Konzept erstellt dass die vielleicht keine Ahnung sich eine Gruppe zusammenfindet in der D&D Welt die in einer Bibliothek irgendein bestimmten irgendein bestimmtes Buch oder was weiß ich ein Zauber finden müssen und so weiter das war cool sind die Weiterbildungen kostenfrei für euch? sind für uns kostenfrei das ist stark oder wenn sie halt durch die Universitäten was kosten wird das halt vom Land Berlin übernommen ok das ist cool einfach D&D spielen in der Bibliothek ja ich weiß dass in der Mitte haben sie sogar eine offene D&D Runde wo sie auch einen Dungeon Master mal gesucht haben also das mal anbieten wollten zum vorbeikommen mal gucken was das eigentlich ist weil es durch Corona halt absolut wieder hochgepust worden ist als Trend D&D mhm weil als öffentliche Bibliothek halt jeden Trend ein bisschen mitnehmen muss Mathe schreibt noch bis so eine Online-Bibliothek aufgebaut ist sind wir doch schon ausgestorben sagen wir so diese Bibliothek könnte jetzt schon jedem mit all dem Wissen der Welt ja mit dem größten mit mit allen allen was wir digitalisiert haben zugänglich für jeden Menschen auf der Welt wenn irgendjemand das finanzieren würde das ist nur eine Geldfrage ist easy machbar aber da stehen zu starke kapitalistische Interessen dagegen von vielen Autoren, Autorinnen ja genau ja auch von den kapitalistischen Interessen natürlich also das ist eine reine Geldfrage es könnte ein World Buch Archiv geben digital mit dem gesamten Wissen der Menschheit für jede in jeder Sprache alles was davon zur Verfügung steht könnte es geben aber das ist eine reine Geldsache deswegen gibt es das nicht und wird es vielleicht auch nie geben also ich kann sagen dass während der Corona Zeit gab es eine Petition von Autoren, Autoren die im Umlauf war unter anderem dem FITSEC und der UDC die ganz gut gelesen werden die mich aber so ein bisschen triggern vom Namen her weil sie beide diese Petition unterschrieben haben weil sie wollten dass ihre Werke in öffentlichen Bibliotheken zumindest die E-Books nicht mehr zur Verfügung stehen weil sie daran nicht wirklich verdienen das Problem ist halt eine Sache bei denen mit ihrem Management wie die bezahlt werden aber nicht dass Bibliotheken deren Werke zur Verfügung stellen sie daran dann halt nichts verdienen pass auf ich könnte das ist vielleicht ein bisschen gesondert von deinem Arbeitsfeld wenn die Romane und Fantasy und so ja wenn sowas nicht oh Entschuldigung wenn sowas wie Romane und Fantasy und solche Sachen alle jetzt nicht kostenfrei zur Verfügung stehen okay damit könnte ich nur leben dass sich dann natürlich einzelne Autoren wieder versuchen als die größten Hurensöhne hinzustellen und zu sagen bei mir aber erst recht nicht okay aber dass alles was dem Bereich Wissen irgendwie abdeckt und da rede ich ja nicht nur von trockenen Wissenswerken sondern da gibt ja auch total zugängliche Wissenswerke die einfacher zu lesen sind und so wenn man sowas für die Welt bereitstellen könnte und aber auch das ist nur eine Geldsache weil sind wir mal ehrlich und das wirst du auch wissen dass es ganz viele Werke Wissenswerke gibt die unglaubliche Summen an Geld kosten wenn ich teilweise an Fachbücher denke die ich mir gekauft habe für die Recherchen von einzelnen Arbeit dann hast du manchmal für ein 200 Seiten Buch einfach 60 Euro bezahlt und für einen richtig dicken schicken über 100 und die sind dann so teuer weil von den Büchern ja auch nur 100 Stück verkauft werden und dann müssen die natürlich unglaublich viel Geld kosten AVI Dankeschön und das ist aber und das ist ein Problem das ist Gatekeeping von Wissen weil es gibt Leute die werden sich diese Bücher einfach niemals leisten können und es ist dass Menschen dass Autoren die Bücher schreiben Fantasy Bücher dass die damit ihren Lebensunterhalt finanzieren wollen das kann ich komplett verstehen das ist ja auch ein Job das ist ja auch eine Tätigkeit aber dass halt und dass auch Menschen die solche wissenschaftlichen Werke ausarbeiten dass auch die davon leben wollen auch das kann ich verstehen da seht ihr dass natürlich die einzelnen Personen ihr kapitalistisches Eigeninteresse voranstellen als Maxime wenn es dazu kommt dass solche Leute wie der Fitzek der ja reich ist die sagen ich möchte aber noch reicher werden also meine Werke ich verdiene schon ich bin schon Millionär damit aber ich muss mehr Millionen genau ich habe nicht genug ich muss mehr Geld damit bekommen und deswegen dürfen Leute in öffentlichen Bibliotheken das auch nicht mehr lesen und das dann da sieht man dann wieder dass das große Problem ist dass die Menschen ja auch in diesem kapitalistischen System groß geworden sind und so auch ideologisiert sind das ist ja das große Problem daran das aus den Leuten rauszukriegen dass du wenn du schon 10 Millionen auf dem Konto hast ja ja keine 20 brauchst eigentlich aber die Leute wollen ja die 20. Million und das ist so ein bisschen das ist so ein bisschen das Problem das steht und fällt alles mit der Menge des aufgewendeten Kapitals ja ob man solche ob man digitale Superarchive mit Wissen füllen könnte die man für alle bereitstellt das ist alles immer nur eine Geldfrage und das wird Sarah bestätigen können ganz viel hat immer mit Rechten zu tun bei uns an der Uni ist das so hast du von irgendeinem Autor Rechte das Buch irgendwo bereitzustellen für so und so lange für so und so eine Zeit und sobald diese Rechte verflogen sind weil man sich über Finanzen zum Beispiel nicht mehr einigen konnte dann sind diese Werke stehen dann auch den auch im wissenschaftlichen Bereich einfach nicht mehr zur Verfügung da ist jedes Jahr ja eigentlich wieder Terz drüber dass es auf einmal heißt ja wir können dieses Buch jetzt für zwei Monate nutzen und danach dürft ihr das nicht mehr benutzen oder dann werden die Zugänge dafür gesperrt weil ihr dann dafür bezahlen müsstet und so weiter und so fort also auch für wissenschaftliche Menschen also wissenschaftliche Mitarbeiter Doktoranden, Studierende und so weiter wird Wissen zum Teil gegeld kippt das ist einfach die Wahrheit und das ist super traurig und für so Online Sachen E-Books meistens kauft man ja nur Lizenzen um sie da bereits zur Verfügung zu stellen wenn die Lizenz ausgelaufen ist dann ist sie halt ausgelaufen wenn man sie nicht erneut und dann kann man sie halt nicht mehr zur Verfügung stellen also es ist teilweise ein bisschen schwierig immer wieder dann mit mit der Bereitstellung von Lektüre Wissen und so weiter läuft falls ich mal ein Buch schreibe dürft ihr das so viel nutzen wie ihr wollt Schrömpel du bist ein Ehrenmensch wenn meine wenn ich durch bin mit der Veröffentlichung meiner wissenschaftlichen Arbeiten dann stelle ich die zur Verfügung könnt ihr dann auch lesen wenn ich eine Note drauf bekommen habe Wissen Geld kippen richtig und wichtig ja ähm Sarah hast du ein Lieblingsthema innerhalb deines Berufsfeldes machst du irgendwas sehr gerne wir haben gerade schon gehört Magazinarbeit ist eine schöne Sache aber hast du irgendein Lieblingsthema was du innerhalb deines Berufs gerne machst? ich richte gerne Veranstaltungen aus okay also das ist super stressig Harry Potter Stuff meinst du? ja Star Wars habe ich auch oh gut gerettet dann gibt es ein gratis Comictag wo wir wenn wir das rechtzeitig mitkriegen und uns anmelden können und Geld dafür haben auch mitmachen können und auch einen Manga Day das ist dann wie so ein gratis Comictag halt nur mit Mangas und wenn wir da auch mit dran teilnehmen dann richte ich das halt kommt halt mein Chef explizit auf mich zu und fragt hey möchtest du da was machen? Tipp für alle es gibt im April nächsten Jahres glaube ich die lange Nacht der Bibliotheken da kann man an vielen Bibliotheken halt vorbeikommen bis 21 Uhr glaube ich haben wir dann offen und da hat er mich auch schon gefragt ob ich da irgendwas machen möchte dafür sei es für Kinder halt eine Harry Potter Rallye online zu machen oder meine Star Wars Leute anzufangen zu fragen hey hat jemand Bock von euch bis 20 Uhr zumindest mal bei mir ein bisschen rumzulaufen und die Leute ein bisschen einzufangen mhm also so Veranstaltungen sind halt ein bisschen anstrengend und stressig aber im Endeffekt hat es sich dann gelohnt aber du beschäftest dich ja vielleicht auch mit Sachen die du selber cool findest so thematisch das auch und es ist so ein bisschen ausbrechen aus dem Arbeitseintag mhm mhm das ist eine Sache die habe ich dabei gerade irgendwie völlig außer Acht gelassen dass ja mittlerweile auch die ganzen so was wie das das Comic ja auch offiziell im literarischen Bereich sich wiederfinden Mangas und so weiter und so fort und das ja auch das alles in den Bibliotheken dann natürlich Einzug hält ne wenn sie schön über One Piece quatschen oder Dragon Ball oder so genau also es gibt zum Beispiel die Amerika Gedenk Bibliothek in Berlin die hat extra eine Sammlung so tausend und ein Comics die man gelesen haben musste das ist eine offizielle Liste zum Beispiel ist da der Mauscom graphic novel mit dabei Asterix und Obelix Sailor Moon und auch wie gesagt tausend und ein Titel sind das und die haben da explizit Regale wo es sind immer sehr sehr wenige da aber theoretisch haben die tausend diese tausend und ein Comic Titel da ich muss sagen in dem in dem in dem in dem brandenburgischen Shop dengseitig diesen Mauscomic könnte ich da auch beziehen ich habe den aber von von jemandem von von den Flatmates von Lea hat mir der jemand den ausgeliehen und ich habe wieder gemerkt dass ich auch als Erwachsener keine Comics mag ich habe dieses Buch soll ja total gut sein aber ich habe es nur überflogen weil ich mag einfach keine Comics lesen also so äh Mangas und Comics ist überhaupt nicht mein Ding Alter da muss ich sagen das ist eine weirder Art Bücher zu lesen und ich werde damit irgendwie nicht warm ähm hast du ähm das ist ja auch nicht für jeden sein wir haben wir nutzen das meistens um Kinder explizit halt ranzuführen ans Lesen es gibt ganz viele Star Wars Comics jetzt ganz viele von Marvel Avengers die explizit auf Leseanfänger ausgerichtet sind um die überhaupt ranzuführen ne klar du musst schon dein Publikum bedienen irgendwie Captain America es ist Iron Man auch cool will ich lesen und wenn sie damit gute Erfahrungen gemacht haben dass sie dann vielleicht auch mal anderes lesen du musst schon dein Publikum so bedienen oder was genau und der Buchmarkt ist halt auch schon explizit darauf ein bisschen ausgelegt sagen wir nutzen gerade das was Mainstream ist an Superhelden an Star Wars ja Miraculous ja Miraculous was auch gerade immer gerade trendig ist bei den Kids um da mit Leseanfängerbücher zu gestalten um die Kids halt so ein bisschen ranzuführen also du musst schon du musst schon die die People so ein bisschen kennen die da an den Start kommen meinst du genau um die was vorzubereiten ja man muss dein Publikum ein bisschen kennen bist du auf irgendein Thema spezialisiert innerhalb deines Berufsfeldes also würdest du sagen du bist irgendwo ein Profi drin in dem in irgendeiner Sache die du machst wirklich also als Fachangestellte was du verbindest als Fachangestellte den Beruf des Bibliothekars mit dem des Bibliotheksassistenten und lernst eigentlich alles also bist Mädchen für alles ok könntest du dir das vorstellen alles auch Katalogisierung lernen wir in dem Beruf in dem Ausbildungsbereich und du bleibst nur in der Katalogisierung wenn du dich anschließender zu entscheidest auch weiter Katalogisierung zu machen ansonsten ich bräuchte mittlerweile einen Auffrischungskurs und dann könnt ihr auch katalogisieren aber bin ich so Artikel halt nicht drin könntest du dir denn vorstellen dich in der Zukunft auf irgendein Thema zu spezialisieren? nicht wirklich also du machst das so wie du es machst gerne einfach genau ja ok immer mal wieder was von einem bisschen den Arbeitseintag dann rausbrechen mit den Veranstaltungen bisschen diese Förderung es ist halt abwechslungsreich einfach mhm ähm was würdest du sagen sind so die Sonnenseiten in dem Beruf was gefällt dir besonders daran also jetzt mal abgesehen von davon dass das sehr abwechslungsreich ist du machst dich halt einfach wirklich nicht kaputt du wirst gut bezahlt weil es halt öffentlicher Dienst ist und du machst dich halt wirklich nicht kaputt dann merkst du Classy Berlin Brandenburger das ist so ein Spruch den wir immer sagen wenn du um irgendeinen Job geht du machst den nicht kaputt das hörst du hier überall wenn einer auf dem Baum mal locht oder eine Kläche muss oder so dann heißt das immer jemand muss so ackern und der andere sagt dann nein ich hab einen Bürojob ich mach mir auf jeden Fall nicht kaputt das ist so ein Classy Spruch oder? ja eben du hast halt du hast einen fixen Anspruch auf Urlaub du hast einen fixen Anspruch auf Sondervergütung dies, das, jenes darauf kannst du zählen du kannst also sagen okay wenn eine Urgesperre ist ich bin Angestellte ich hab recht auf den Urlaub und darauf kannst du pochen und Punkt sagst du dir gefällt dir gefällt ein bisschen das Konservative in dem Berufsfeld ja schon ja schon es ist halt macht das Leben ein bisschen leichter und angenehmer genau hast du irgendeine besonders positive Situation von der du uns erzählen möchtest ist irgendwas richtig cool passiert oder du kannst doch mehrere Sachen erzählen falls dir irgendwas einfällt also ich find's immer toll wenn ich eine Veranstaltung fertig hab am aufräumen bin zusammenräumen bin und die ersten kommen an und fragen hey macht ihr das nochmal weil das war toll ja glaub ich oder so viel Detailliebe weil ich bin da auch eine kleine Deko-Queen dann dekoriere ich halt auch richtig dazu jetzt zu Harry Potter wer mir auf mein Instagram folgt der sieht auch ein bisschen von meinem Arbeitsalltag manchmal was und wir haben ein Skilett bei uns magst du mir deinen Instagram Link mal schicken dass ich den in Stinks machen kann in den Chat nicht darüber machen nicht anschließend machen ne mach das jetzt gleich wir verjessen den bloß jetzt gleich okay ich bin ein Skilett bei uns im Kinder- und Jugendbereich und das ist Rüdiger und Rüdiger wird immer entsprechend halt verkleidet und der sitzt dann in der Harry Potter Veranstaltung halt als Gilderoy Lockhart da und gibt eine Autogrammstunde sozusagen dann ist auch ein Regal dekoriert mit ganz vielen Zaubertrankflaschen und wir haben Honig Top aufgebaut mit Süßigkeiten wo die Kinder sich bedienen können und Butterbier das nicht schade also nein kein Butterbier aber sie konnten Felix Felicis trinken in den Glückstrank okay 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 aus Harry Potter ich hab keine Ahnung ich sag einfach ja ich bin da nicht so drin also ich hab auch mit Window Color halt die ganzen House Cress gemalt und an die Fenster da geklebt jetzt ein bisschen mehr nach dieser Schlossoptik kriegt so ein bisschen nach Bleiglasfenstern auskriegt was sie da halt auch haben und es ist viel Arbeit aber man hört ey es sah so cool aus atmosphärisch super und toll dann lohnt sich die Arbeit halt und wenn alle Spaß dran haben und den Kindern das gefällt ja Punkt hat sich gelohnt das ist ey das ist das Schönste wenn dir dein Beruf in irgendeiner Art und Weise erfüllung gibt sag ich dir wie es ist ja und du sagst das was ich hier gemacht hab ist nicht für den Arsch kann ich dir das noch sagen meine erste Ausbildung in der Großindustrie in der Wellpappenproduktion war es am Ende so dass wenn du die Sachen die du produziert hast das sind also ich hab die Sachen gemacht wo die Waren drinstehen ne wenn du jetzt so zum Beispiel ihr kauft irgendwie eine Dose Mais ja dann steht die doch in so einem Pubtray drin und für alle anderen war das nur Müll versteht ihr also ich hab den ganzen Tag Müll produziert und das hat natürlich war das schwierig ja also das ist dann fühlt sich nicht so als hättest du am Ende irgendwas richtig geil das gestartet ähm ich habe jetzt den Instagram Link ich poste den jetzt ihr könnt da alle ihr könnt da rein folgen und rein supporten wenn ihr wenn ihr möchtet ist ein offenes Profil bitteschön der Highlight ist unser mein Flachwitz Donnerstag mit Rüdiger ihr könnt da ihr könnt da den Reihen Slider machen und den Reihenfolger folgt da jetzt auch mal wir folgen Reihen einfach ähm kann man als Privatperson Kurse in einer Bibliothek anbieten also ich zum Beispiel Programmierkurse für Anfänger oder Kinder vielleicht oder junge Menschen kannst du anfragen so kannst du anfragen wir haben auch so Scratchkurs immer in den Ferien ich weiß jetzt nicht ob er das ehrenamtlich macht oder nicht weil ich da nicht drin bin in diesem Bereich ähm weil das halt auch mit Geldern bei uns dann verbunden ist du kannst sagen du machst das ehrenamtlich kannst aber auch sagen ja ähm dafür möchte ich aber Geld haben dann ist das noch ein bisschen Papierkram verbunden aber es sind explizit Scratchkurse also Programmierkurse für Kinder in den Ferien Sommerferien, Herbstferien also wenn du sagst du hast Bock äh vielleicht für Jugendliche oder halt ein etwas älteres Publikum zu sagen ich möchte hier ein Programmierkurs mal anbieten damit die mal reinschauen können was ist das alles eigentlich kannst du anfragen einfach eine E-Mail hinschicken und dann kriegst du mindestens eine Antwort ja wir leiten es dann den weiter der dazu zuständig ist und dann kriegst du entweder ein ja oder nein aber anfragen kostet nichts also Painhouse grundlegend möglich würde ich sagen ich sehe hier gerade hier wurden Bilder im Volkspark Potsdam gemacht zum Mittelalter zum Mittelalter Bums ja ja lass dir nächstes Mal Bescheid sagen komm ich an den Start aber aber unverkleidung also meintens bin ich mit einer Freundesgruppe da wenn es im Mittelalter fest ist also ich bin immer in Verkleidung da ja also ich bin immer in Verkleidung da ja ist noch nicht schlecht nicht schlecht was sind die Schattenseiten von dem Beruf also was gefällt dir nicht Auseinandersetzung mit Kunden okay also so wie bei jedem normalen Menschen ja und naja so ein bisschen dass wir halt so sehr von der Politik abhängig sind ja okay ja fühle ich auch also ihr seid immer der Stadt unterlegen irgendwie ja also was uns super aufgeregt hat in Corona Zeiten sind wir als geistige Tankstelle bezeichnet worden Bibliotheken alle Bibliotheken in Berlin und sind aber immer hin und her geschoben worden je nachdem wo es gerade gepasst hat mal waren wir in der Bildungseinrichtung mal waren wir in der Kultureinrichtung mal dienten wir der Freizeit also je nachdem wo es der Politik gepasst hat ist man hin und her geschoben worden mhm und hat eigentlich nichts für uns getan zum Beispiel Desinfektionsspinnen haben wir uns alle selber gekauft uns keine zur Verfügung gestellt worden sind ja es hat auch ewig gedauert bis wir Masken bekommen haben bis das mit Corona Test angelaufen ist bei uns also dafür dass wir uns dann als geistige Tankstelle plötzlich als so wichtig bezeichnet war das so ein bisschen Faderbeigeschmack mhm und irgendwie man merkt leider mit öffentlichen Bibliotheken kann man halt keine Lobbyarbeit betreiben du gibst für Bibliotheken immer nur aus gibst aus gibst aus ja verdienst aber nichts daran das heißt es für viele auch uninteressant überhaupt zu investieren richtig ja oder da wirklich offen zu sagen hey ich hab Bock da Arbeit rein zu stecken weil er bringt halt kein Geld nur Personal kostet die Einrichtung kostet die Ausstattung kostet Rausch die Scheibe gerade ist also wie überall im ÖD darauf ist Verlass ja und bei uns ist es halt so im ÖD du musst halt immer Ausschreibungen machen für irgendwas was kostet ja und meistens ist es das billigste von Billigen wird genommen und ich kann erzählen dass die ersten Playstations die wir bekommen haben wir hatten zwei wir hatten zwei wir haben zwei große Häuser im Bezirk und jeder hat eine Playstation bekommen 30.000 Euro gekostet hat pro Playstation ne eine Playstation kostet ne eine Playstation kostet aber nur von 400 Euro zur Erklärung zur Erklärung es ist die Playstation plus Fernseher der besorgt werden musste die Controller wir hatten ne VR Brille die musste besorgt werden die Controller für die VR Brille musste besorgt werden es musste ein Kasten abschließbarer Kasten für die VR Brille besorgt werden ein Schreibtis mit abschließbarem Fach wo man die Playstation einschließen konnte musste besorgt werden ein Sofa auf das man sich sitzen kann zum Zocken musste besorgt werden und halbwegs schalldichte Wände drum herum mussten auch gezogen werden das hat halt auch gekostet insgesamt pro Playstation waren das ca. 30.000 Euro im Endeffekt dann okay Berke Berlin hat auf jeden Fall einige Probleme auch da ja wir haben 60.000 Euro ausgegeben für zwei Playstation plus Zeug drum herum also dass in der ersten Woche ein Teil der Wand schon eingefallen ist ist aber auch klar dass das keine dass das jetzt irgendeine Realkosten keine 60.000 Euro sind das ist auch jedem klar hier oder? also ich denke ihr könnt alle für ein Drittel vom Preis gemacht das ist ja geisteskrank ja Schallschutzwände sind die gerade günstig da sollten wir aufs Kriegsvertrauen da ist der vom Fach aber was für Schallschutzwände sind das einfach nur sind das so wie wie bessere Raumtrenner oder richtig ja wie bessere Raumtrenner eigentlich nur dann sind sie nicht so teuer dann sind sie nicht so teuer die du aufbauen konntest und abbauen konntest um sie dahin zu stellen wo du sie wolltest ja ja dann ist das wahrscheinlich wie MB schreibt ne das sind es ungefähr 50.000 Euro Planung und die 10.000 Euro kosten wahrscheinlich ja also ich sage ich dachte so ok Playstations Controller Fernseher Schränke so große Schränke zum Abschließen das kostet tatsächlich auch immer ein bisschen Geld noch Couchies dazu und dann so bessere Raumtrenner da ist einer hinter dem musst du schon aufpassen wenn du dir nackig ausziehst dass du nicht durchgucken kannst ok ne aber bei dem Sofa da bietet IKEA zum Teil schon bessere Ware als das was wir hatten wow ok dann ja dann dann sind dann sind die Realkosten ja keine 10.000 Euro für alles das ist einfach die Wahrheit ich dachte die haben da jetzt komplett neue Trockenbauwände hochgezogen mit extra Schallschutztüren Schallschutzdosen und volles Programm du bist in Berlin in einer öffentlichen Bibliothek Bruder da machen die da machen die Pappaufsteller also wir werden demnächst im Haushalt auch renoviert er hatte Holzdiffusoren im Kopf wie in einem wie in einem professionellen Musikstudio so richtig krass die Wände Digga Gott kommt mal ein bisschen runter wir sind immer noch in Berlin ja da kannst du schon glücklich sein wenn keiner in irgendeine Ecke gepisst hat in der Bibliothek ungefähr 30.000 Euro baue ich dir da eine schallgeschützte Wohnung das glaube ich dir sogar irgendwo hingepisst ist auch schon mal passiert also sag mal so ich habe gegäst ich habe gegäst und ich war right you know in unser Foyer ist auch schon mal ein großer Kackhaufen hingelegt worden oh Gott oh Mann hier kommst du morgens zur Arbeit und dann hat irgendwer hingekackt also ist nicht das Foyer in der Bibliothek gewesen wir haben noch einen kleinen Vorraum wo eine Außenrückgabeanlage ist und da lag halt ja also die die haben praktisch in Pfand die haben in Pfandraum gekackt ja sozusagen ah das ist Berlin Bitch oh ja gut ne also ne ich möchte ich möchte das tatsächlich als besonders negativ heraushebende Situation stehen lassen dass zwei Playstation Plus Zeugs drumherum 60.000 Euro gekostet hat möchte ich nochmal sagen das ist ähm ja hast du sonst noch andere möchtest du uns noch von anderen wilden Situationen erzählen die so passiert sind höchsten zwischen den Regalen gefunden na gut okay aber wenn so einer Bibliothek ruhig und leer ist dann kann man ja auch mal dann das kann passieren ja das kann passieren man kann es verlieren ja ja vielleicht es war in einer Musikabteilung wo die Noten waren vielleicht war jemand ganz ganz großer Beethoven-Fan ich weiß es nicht oh 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 also da ist der Schlüpper dann einfach weg als er die neunte Sinfonie stehen sehen darf das ich ja da muss da ist der Schlüpper direkt weg geflogen meinst du ja all the panties out of the window oh die neunte Bach I dropped my panties now ja hallo Mali manchmal sind Menschen weird sind sie wahrscheinlich damals in seiner Zeit tatsächlich manchmal passiert glaube ich waren ja so ein bisschen die Rockstars ihrer Zeit ja gut ähm hau noch andere Sachen was gibt's noch so fallen was ist noch so wilde passiert Schießerei in der Bibliothek gab's das schon nein aber davor oh Gott warum wundert mich auch das nicht ich kam auf dem Weg zur Arbeit und da war die halbe Kreuzung gesperrt mit Polizeiwagen und es hieß nur ja ihr wurde geschossen das ist Berlin alter Berlin ist einfach Berlin ist einfach besonders man du musst Berlin muss man auch einfach lieben dafür ich sag immer ich arbeite in der öffentlichen Bibliothek in Berlin mir schockiert nichts mehr ich kann nichts mehr überraschen hier wurde gefasst weil irgendwo weil irgendwie alles schon mal erlebt beim Kumpel haben sie auch schon mal in den Fahrstuhl von der Arztpraxis gekackt Alter ey was ist mit Menschen alter wenn's drückt dann drückt's oh Gott no ähm keine Ahnung was ist noch was ist noch so wild passiert hast du ähm neuerdings wird auf werden auf unserem Herrenklo rassistische Parolen an die Wände geschmiert ja gut okay das ähm leider schockt mich das auch nicht mehr und eine Kollegin ist mal gefragt worden ob sie das Artemis empfehlen kann für alle die nicht aus Berlin kommen das Artemis ist das riesengroße Bordell was in Berlin ist ja was direkt was sehr gut zu erreichen was man von der Autobahn immer sieht wenn man reinfährt das ist so mein Ankerpunkt wenn ich außerhalb von Berlin ich war verreist komme hier nach Berlin rein seh das Artemis ist mein Ankerpunkt okay ich bin bald zuhause in Berlin oh Gott das ist kein scheiß ernst ja das ist das große Bordell direkt nach der Autobahn ist sehr gut zu erreichen und es hat ein riesen Artemis Schild oben drauf man kann das immer ganz gut sehen genau das kennt man auch außerhalb von Berlin richtig ähm ich hab noch hier hier kommen jetzt Fachfragen drin wurde schon mal jemand beim Masturbieren erwischt meintest du nein ne nein ähm hast du schon mal gebrannt das ist typisch für Berlin bei uns noch nicht okay ähm warte bei meiner Schwester aber eine Feuer-Brandschutzausbildung habe ich die Vollzeitung habe ich gemacht wegen Papier ne ist ja Papier alles da ja allgemein allgemein ich glaub das ist über im öffentlichen Dienst oder generell in vielen Einrichtungen dass dir angeboten wird du kannst eine Brandschutzausbildung machen Fortbildung machen und hat da auch eine Ersthilfe Fortbildung was hab ich gelesen? ein Paper Cut ist die letzte Rache von einem Baum wie viele Papierschnitte hattest du schon? nur privat aber nicht beruflich Gott wirklich? würde ein Papier Cut als Arbeitsunfall gelten? wenn du dir dafür ein Pflaster aus dem Erste-Hilfe-Kasten nimmst ja er muss dass da ein Pflaster entnommen worden ist oh Gott du hast grad also wenn Lanterneck jetzt hier wäre Lanterneck hätte jetzt gerade eine Träne verweint wenn der hier wäre sag ich dir wie es ist in dem Augenblick wo du gesagt hast ein Pflaster aus dem Erste-Hilfe-Kasten und Dokumentation hätte Lanterneck eine Träne verdrückt ja kannst ja nachgucken die letzte Rache von einem Baum ja das ist so welchen Ruf hat dein Beruf? also ne wir haben ja immer immer das Gleiche der angesehenste Beruf in Deutschland ist so Feuerwehrmann und der schlechteste ist so Versicherungsvertreter und Politiker würdest du sagen wie nämlich Außenstehende aufgrund deines Berufs war? sagen die die Papierschubsentroller oder wie wie können wir uns das vorstellen? das habe ich persönlich noch nicht erlebt aber ich glaube so der Beruf in der Bibliothek allgemein ist so eher eine Mitte anzusiedeln es kommt doch immer drauf an ob es halt Leute beurteilen die aktiv eine Bibliothek benutzen oder die halt gar keinen Kontakt mit Büchern auf irgendeine Art und Weise haben die vielleicht mal die Physiker in der Schule mal gelesen haben mehr aber auch nicht und selbst da nur den Film sich angeguckt haben das Buch zu lesen also es kommt halt immer drauf an also wir haben tatsächlich auch einige Jugendliche bei uns wo man nicht sagen würde okay ist jetzt eine Zielgruppe die ich nicht in der Bibliothek einordnen würde aber die halt einfach Bestand für die bieten und die sagen okay ist für Ume wenn sie sich jetzt den neuesten Demon Slayer ausleihen wollen oder hier mal komplett Naruto nachlesen wollen oder Bleach dann sind wir eine Quelle wo sie das haben würdest du deinem Beruf zum Beispiel alle unentschlossene Jugendliche weiterempfehlen? durchaus kann man es schon gut machen meinst du? eine Ausbildung halt würde ich empfehlen weil du viele Fähigkeiten in der Ausbildung einfach lernst die in sehr vielen Bereichen nützlich werden können du lernst halt professionell mit Suchmaschinen umzugehen zu recherchieren was egal ob du anschließend studieren willst nicht dass wenn du dich privat für irgendein Thema interessierst halt dir unheimlich helfen kann wenn du weißt wie ich zu recherchieren habe wie ich richtig zu recherchieren habe auch was soziale Kompetenzen angeht Aufbereitung von Informationen Zusammenstellung von Informationen alles Sachen die man halt mitkriegt in der Ausbildung wie gesagt man kann durch die Praktika die Pflichten die freiwilligen Praktika ziemlich coole Sachen eigentlich rein schnuppern mhm cool dann kommen wir zu den letzten beiden Fragen was wolltest du als Kind werden? Archäologin oh Gott Steineklopper? ja Archäologie ist keine echte Wissenschaft naja von Staub zu Staub jetzt in der Bibliothek ist das jetzt kein großer Unterschied ok Per ich hatte auch eine sehr sehr starke alte Ägypten Phase als Kind was viele Jungs mit den Sauriern haben habe ich mit dem alten Ägypten gehabt deswegen kam dieses Beispiel mit dem Mumie-Cast ach jetzt ja 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 ich verknüpfe das da war jetzt die Mumie heiß oh Gott und wenn du so an deine beruflichen Ziele oder Träume denkst hast du sie verwirklicht? wenn ja also hast du sie verwirklicht oder wenn nicht warum nicht? ja schon also ich habe einen stabilen Beruf ich habe eine also ich müsste richtig große Scheiße bauen um gekündigt werden zu müssen also insoweit ist ein sicherer, safer, stabiler Job in dem ich aktuell bin den ich auch gerne noch ein paar Jahre mache auch bis zur Rente gerne mache cool schön ist eigentlich cool wenn du sagst also so wie es aktuell ist bin ich zufrieden ist cool wenn du wenn du wenn du sagst, dass du mit deinem kam jetzt so grundlegend drüber die ganze Zeit dass du mit deinem Beruf sehr zufrieden bist und dass du dir an sehr vielen Stellen auch viel Spaß machst obwohl du manchmal einige Extreme erlebst würde ich sagen ja es ist auch ich kotze mich auch privat manchmal bei Freunden aus ey ist stressig weil Personalmangel und das hast du jeden Tag aber es sind halt ja es wäre glaube ich nicht wirklich ein Job wenn es alles astrein jeden Tag super Sunshine wäre das sind immer eher so Ausnahmen und Kleinigkeiten die es dann einfach miesen aber grundlegend ist es finde ich es ist ein geiler Beruf der mir viel beigebracht hat und den ich stabil finde und auch wichtig finde da die Tendenz dazu hingeht dass es immer keine Bibliothekare mehr geben wird sondern halt es nur noch Fachangestellte ja das ist gut möglich weil die halt dadurch dass du dafür halt nicht studieren musst halt einfach Beleger bist für den Start wie würdest du sagen wenn du so einen Zukunftsausblick geben musst inwieweit sich der Beruf noch verändern wird ich glaube da wird noch viel mehr wird mehr digitalisiert wird mehr und weil mit diesem Rückgabesystem das ist ja in der Uni das ist ja in den allen wissenschaftlichen Bibliotheken so dass du meistens nur noch ein Fach hast wo du die Bücher einfach nur rinschmeißt und dann sind die wieder weg und du kannst du dir halt eben auch über wie du vorhin gesagt hast ohne menschlichen Kontakt ja auch ausleihen wenn du sie vorher also online ausgesucht hast also wird mehr von diesen Prozessen so stark ich sag mal in Anführungszeichen automatisiert dass da ja wiss ich nicht entweder auch weniger Personal oder der Beruf sich grundlegend stärker verändert? Also auf weiter Hinsicht ja es ist ja auch schon durch Verdi ganz viel durchgesetzt worden dadurch dass seit 98 und sich halt unser Beruf generell sich stark verändert hat durch Digitalisierung durch soziale Medien durch neue Technik und auf weiter 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 Zukunft wird viel mehr automatisiert werden und viel mehr digitalisiert werden aber nicht in naher Zukunft dafür ist Deutschland zu viel Deutschland und zu viel Bürokratie es ist für mich kein öffentlicher Dienst wenn da kein Faxgerät steht das ist einfach das große Problem in der ganzen Sache ist einfach dieses Mindset von was wir immer noch haben und das haben wir seit der preußischen Kultur ist Papier ist geduldig genau und das steht immer noch nach wie vor ja und ein Fun Fact ich habe unter Rack gelernt zur Katalogisierung das nennt sich Regeln zur alphabetischen Katalogisierung in Bibliotheken und davor gab es die preußischen Instruktionen ja unter Bibliothek gelernt haben ja und das ist ja ich katalogisiere nach der Grammatik des Titels mhm für die die sich das nicht vorstellen können du gehst nach der Grammatik des Titels und danach katalogisierst du nicht wie wir es heute in Bibliotheken kennen Nachname Vorname vom Autor sondern richtig kranker Scheiße also wie das Buch geschrieben ist eigentlich genau das ist ja völlig das macht ja auch ja keinen Sinn eigentlich also aber darunter musste gelernt werden früher das haben Bibliothekarinnen in ihrem Studium früher gelernt ja gut ähm dann äh früher war vielleicht nicht alles besser nee ähm ja hat der Chat noch Fragen ist das nicht Chaos pur also wenn du das als Bibliothekar lernst nein also ich habe auch noch einen Zettelkatalog miterlebt in meinem Praktikum und der war eigentlich super sortiert wenn du jeden Zettel wieder dahin tust das ist wie in einem Archiv es muss halt alles immer dahin gestellt werden wo es hingehört sonst findest du gar nichts mehr aber wenn der gut sortiert ist hast du da eigentlich alles immer gefunden früher war alles anders und schwarz weiß naja sag mal wenn die Leute die Bücher ausleihen wollten wissen wie das geordnet ist und du wusstest wie das geordnet ist weil du die gelernt hast ist das vielleicht eingängiger gewesen aber nach unserem heutigen Verständnis macht das irgendwie wenig ne genau ist irgendwie random ähm ähm wie viele Warhammer Bücher wurden schon gelesen also ich glaube ich habe rausgehört dass Sarah gesagt hat dass sie sich erst für Warhammer interessiert wenn Henry Cavill Warhammer spielt genau wir haben auch keinen Warhammer Buch in der Bibliothek bei uns was Petition Unforgiven los Unforgiven Petition vielleicht wenn die Serie vielleicht wenn die Serie wirklich startet haben wir einen Grund zu sagen hey wir brauchen Warhammer Bücher muhr guck 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 duel das ist jetzt aktuell Trent was welches Buch hat Sarah zuletzt gelesen ne gute Frage Sarah jetzt muss doch ehrlich sein wenn es sag repevente Roman war muss sie jetzt ehrlich sein ich möchte auf die Thematik der nochmal zurückkommen unter den Zudeln Central im Moment war das ein Roman aus der Skullduggery Pleasant Reihe es ist zum unten das ist kein Gregime der Ist mein Grund soll das sein Das ist Die Hölle bricht los von Derek Landy, ein Buch aus der Skullduggery-Pleasant-Reihe. Das ist eine Jugendroman-Reihe, Jugendroman in Richtung Fantasy und Skullduggery-Pleasant ist ein Magier, ein Zauberer, der allerdings ein Skelett ist. Klingt überhaupt nicht weird, da kommen wir zur nächsten Frage, eine Frage, die man jede Bibliothekarin wahrscheinlich zerfetzen kann. Sag mal Lieblingsbuch. Habe ich tatsächlich keins. Ja, wusste ich. Oder jetzt hätte ich gesagt, es sind ganz viele. Es ist entweder keins oder ganz viele. Es gibt viele, die gut sind. Es gibt viele, die ich auch nochmal lese. Einzelnes Buch nicht, aber eine Reihe kann ich nennen. Na, hau raus. Sag nicht Harry Potter. Don't say Harry Potter. Nein, das ist nicht Harry Potter. Das ist die Republic Commander-Reihe aus dem Star Wars-Universum. Okay, solide. Solide. Da geht es halt um die Klonsoldaten und das ist halt. Was für Unforgiven Warhammer ist, ist für mich im Star Wars-Universum die Klonsoldaten. Fair, würde ich sagen. Fair. Ich kann auch noch sagen, dass ich durch die Ausbildung ein Praktikum in Wiener bekommen habe. Madi hat gerade geschrieben, ich liebe diese Frau. Aus Steuervorteilen würde ich heiraten. Oh Gott, du bist doch deutsch! Ja, nee, was wolltest du sagen? Eine Ausbildung habe ich auch ein Praktikum in der Nationalbibliothek Österreich in Wien gemacht. Und das habe ich dank der Ausbildung halt bekommen und fand ich halt mega geil, da halt zu sein und mal in einem Ausland zu sein und zu sehen, es ist zwar ein deutschsprachiges Ausland, aber zu sehen, wie da, erstens ist es die Nationalbibliothek. Und zweitens, wie es da halt alles abläuft, fand ich super interessant, fand ich mega geil. Und die Vertrauen mir da zugesprochen wurden, obwohl ich schon im dritten Ausbildungslehrer war und man sagte ja, okay, es sind jetzt gerade ein paar Leute krank, auf der Station, Magazin bist du ja jetzt mal komplett alleine. Also das kannst du ja einstellen und so. Und in der Nationalbibliothek und vielen anderen wissenschaftlichen Bibliotheken ist es so, du stellst nach fortlaufender Nummer ein. Du hast zum Beispiel einen Stapel, der neu reinkommt, du hast die neueste Hitler-Biografie, hast darüber Sailor Moon Band 16, hast darüber Bleach Band 12 und dann ein Buch über neue Smartphone-EDV-Technik. Und die kriegen die Zahlen einfach 1, 2, 3, 4, 5. Und so wird es halt nebeneinander ins Regal gestellt und dann rausgesucht. Okay. Egal was jetzt, da wird halt nicht nach Fachgebieten sortiert, da wird nicht nach Autoren sortiert, weil dafür ist kein Platz da, keine Zeit da. Einfach alle eine fortlaufende Nummer, Punkte. Und da unterscheiden sich die Bibliotheken halt auch grundlegend voneinander, oder? Genau. Ja. Es gibt auch Bibliotheken, die nach Größe sortieren, weil es einfach platzsparender bei den Regalen ist. Und ich weiß, dass die im Bundestag mit Rollern und E-Scootern rumfahren, weil die so viele Kilometer sonst laufen müssen in der Bibliothek im Bundestag. Fancy. Ich würde ja nur noch ein bisschen Öl und ein bisschen Benzin in den Chat gießen. Sag mal, von allen Hype-Büchern, die so wirklich erfolgreich sind, welche davon fandest du selbst am beschissensten? Also welches wird seinem Hype vielleicht nicht gerecht oder ist grundlegend? Also einfach ein bisschen irgendwas provokantet. Hast du da was? Ich lese es selten zu Bestseller-Bücher, weil die meinem Thema gar nicht meistens entsprechen. Ich finde super, den Hype wert ist tatsächlich Sebastian Fitzek nicht. Den Hype ist hier Juli 10 nicht. Das sind die nicht wert, weil das ein und dieselbe Soße immer ist. Und ich finde, dass Wolfgang Hohlmann seinen Hype auch nicht verdient hat. Das ist jetzt ein Hot Take mit Hohlbeinen, aber kennst du einen Hohlbein, kennst du leider alle. Und seitdem ich weiß, dass er Ghostwriter beschäftigt, finde ich, naja. Oh, hier wird zugestimmt. Ja. Icebreaker, ist das ein Buch, ein Titel? Oder war das der Tinder-Icebreaker? Sagt mir gerade gar nichts. Wolfgang Hohlmann hat aber True geschrieben. Alle schreiben, kenn ich nicht. Achso, Erotik-Roman. Achso. Ja. Und? War der jetzt sein Hype nicht wert? Oder? Ich, 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 I don't get it. Ja, 50 Shades of Grey hat den Hype auch nicht verdient. Die Frau hat auch das Geld alles nicht verdient, weil das einfach absoluter Bullshit ist. Ja, Hohlbein-Take stimmt. Juli C habe ich auch ein Buch gelesen. Hier liegen. Juli C wollte ich noch lesen, jetzt nicht mehr. Bella ist auch eine, Bella ist auch eine richtige Büchermaus. Bei Bella und Unforgiven zu Hause ist, oh, die halbe Wunung voll mit Büchern. Wird auch immer ein neuer Platz gesucht, um noch irgendwas irgendwo hin zu mauern. Colin Hoover, alle ihre Bücher sind schrecklich. Ah, die ist auch furchtbar. Warum, ihr kennt denn alles, ja, nee. Ich bin so, ich bin so, ich bin so, kennt ihr einer Patrick Robinson? Der schreibt so Techno-Thriller? Unforgiven kennt ihr bestimmt. So was mag ich. Oder hier kennt vielleicht auch jemand, auch nicht so bekannt, J.R.R. Tolkien, vielleicht schon mal gehört. Auch ganz, ganz, ganz solide eigentlich, so grundlegend. Ähm, ja, Tom Clancy auch stabil, wenn man, wenn man, aber ich glaube, Unforgiven, wir sind sehr alleine mit dieser Art von, 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 äh, von, von, Roman. Sagt ihr das was, Sarah? Tom Clancy und Patrick Robinson und so? Tom Clancy auf jeden Fall, Robinson weiß ich nicht. Ich glaube, dass ich definitiv so mein Cover irgendwo gesehen habe. Also kann man, dass wir davon auch was haben im Bestand. Kann ich mir, kann ich fast von aussehen, ja. Ja, weil wir versuchen auch gerade ein bisschen den Sci-Fi-Bestand bei uns ein bisschen aufzubauen und frag mich nicht, wie der heißt, es ist ein chinesischer Autor, der auch ganz viel Sci-Fi schreibt, aber richtig Hardcore-Sci-Fi, so Richtung Dune, haben wir halt auch bei uns im Bestand. Und wird tatsächlich nachgefragt und gelesen. Hier steht öfter schon, denn Amnit ist God Emperor der Autoren. Ja, ich muss sagen, da bin ich gar nicht, ich bin bei so vielen Sachen gar nicht so down mit Autoren. Ja, Fifty Shades of Grey ist Kindergeburtstag, da gibt's Besseres. Maria, erzähl uns mehr. Ja, Fifty Shades of Grey hat erstens mal gar nichts mit BDSM zu tun, das ist häusliche Gewalt. Unter dem Deckmantel BDSM. Ich hab da tatsächlich... Wie so ein schönes Meme sagt, wenn Fifty Shades of Grey, wenn das nicht Millionär wäre, sondern im Trailerpark wohnen würde, wär's ne... Immer ne Mainz-Folge und kein, ach, super Erotik. Okay, diesen Meme kenn ich auch, wenn er nicht Milliardär wäre, dann wär's irgendwie ne Vergewaltigungsgeschichte, einfach von Assis. Ja, ja, okay, das hab ich tatsächlich auch schon öfter gehört. Tatsächlich hab ich weder den Film geguckt, noch den Buch gelesen, also kein, von keinem... Irgendwie hat mich das nie... Ich hatte das Buch gelesen, weil's mir wirklich empfohlen worden ist, von einer damaligen Freundin, ich bin mit der auch nicht mehr befreundet, hat aber nicht mit Fifty Shades of Grey zu tun. Hab's gelesen und erstens, die Frau kann nicht schreiben, es ist furchtbarer Schreibstil. Ich hab's auf Englisch gelesen, hatte ganz oft das Gefühl, mit einem Satz bricht die einfach ab. Und ey, das ist jetzt jemand, der auch, ich lese privat auch ein bisschen in Richtung BDSM, und da gibt's so viel geilere Sachen als der Scheiß. Das ist, also ich hab nicht gesagt, die Brüder amerikanische Hausfrauen wären vielleicht feucht davon, aber... Oh ja, oh ja, oh shit. Wo es mir auch aufgeschnitten wird, aber es ist so. Jeder, der das gelesen hat, wird's bestätigen können. Du meinst, wir im aufgeklärten Europa, wir brauchen's schon härter, meinst du? Ja. Okay, hier steht jetzt, sagen wir jetzt so, pass auf, ich formuliere jetzt einen Konsent. Hier steht, ganz oft Fifty Shades is Bullshit, und es gibt andere Sachen. Tauschen wir uns doch einfach mal aus. Was ist denn besser? Sag doch mal so eine Empfehlung. Was ist denn besser in die Richtung? Corsett ist eine gute... Corsett heißt sie, das ist ein Pseudonym, unter dem die Autorin schreibt. C-O-S-E-T-T-E, und das geht schon zum Teil hardcore in die BDSM-Richtung, aber es ist super gut geschrieben, in ziemlich viele Fetisch-Richtungen. Krass, ich muss mal kurz googeln, warte mal kurz. Wie, 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 wie heißt die Korsett? Nee, wie heißt die Autorin? Wie heißt die? C-O-S-E-T-E. Das sind denn Titel wie Demütigung, Hanshaben, Sklavenherz. Gut, dass ich das in einem anderen, gerade alles in einem anderen Browser einnehmen habe, und wir den nicht sehen können, weil das wäre, das hätte nicht gut geendet, sage ich euch. Ähm, ich bin aber anscheinend ein bisschen zu dumm, schreibt mir mal in, schreibt mir mal im Discord, wie das heißt, bitte. Ich, äh, ich, ich poste, ah, achso, okay, hab's immer noch falsch geschrieben, ich bin einfach dumm, scheiße. Ah, ah, okay, 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 macht jetzt hier schon viel mehr Sinn, für die, was ich vorher gesehen habe. Also, die kann ich persönlich verstehen. Ich kann tatsächlich auch den, ich kann tatsächlich den Link von dem Buch teilen, aber ich könnte es nicht zeigen, weil das wäre wahrscheinlich TOS. Nicht mehr tischkonform. Ja, da sieht man nackte Menschen. Korsett erfreut die Leser wieder mit Kurzgeschichten rund um das Thema Erniedrigung, Demütigung und Züchtigung. Ihre SM-Geschichten klingen reifer, die Szenarien heißer und der Genuss ist wie Autoren und Leser gleich sein Maßen Maxime. Okay. Hier, äh, ne, äh, ich, 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 ähm, hier als Beispiel, äh, ich schreib's einfach in Chat, ne, ich, dann kann nichts passieren, ich hab kein Ding geteilt. So, zum Beispiel, demütig. Karsten, hol die Kreditkarte raus jetzt! Zieh das Ding durch! Ähm, ja, wir können, äh, Bilder, ja, wir können im Discord, äh, 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 Sarah, magst du uns im Discord später vielleicht einfach so ein paar Titel davon drin schreiben? Kann ich machen. Das ist sehr gut, weil, ähm, ich habe, ich habe aus dem, ich habe aus den Nachrichten im Chat gelesen, dass Menschen sich dafür interessieren, aber Fifty Shades of Grey alles scheiße fanden. Ja, ich kann nur, ich erinnere mich, weil das so skurril war, ein Zitat aus Fifty Shades of Grey, was ich gelesen hab, ähm, was auf Deutsch übersetzt heißen würde, er hat sie angeguckt, wie eine Hamstermutter ihr dreibeiniges Junge ist, bevor sie es auffressen würde. Das ist aus Fifty Shades of Grey. Ja, soll mir nur einer sagen, dass das ein guter Schreibstil ist. Aber Hamster sind, Hamster sind keine Carnivoren, die, das sind keine anderen Tiere. Siehst du den Fehler? Das macht ja gar keinen Sinn. Das ist ja völlig, das ist ja völlig lost, Bruder. Das ist noch loster als es. Mir werden auch bessere Tiere als Vergleich eingefallen. Noch viel loster ist es, dass es ursprünglich eine Twilight-Fanfiction war. Fifty Shades of Grey ist eine Twilight-Fanfiction? Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, jetzt, also jetzt würde ich den Buch safe nie lesen. Jetzt bin ich safe durch. Weil sie das veröffentlichen wollte, Geld machen wollte, sind denn die Namen geändert worden irgendwann. Aber es ist ursprünglich eine Twilight-Fanfiction gewesen. Gut, das ist der Grund, warum ich das niemals lesen würde. Ihr seht gerade ein bisschen wie Unforgiven, er hat geschrieben, töte mich. Gut, dass ich, Bella schreibt, gut, dass ich mich nur durch den ersten Teil gequält habe. Davon gibt es drei oder so, ne? Ja. Und noch ein extra Band, Grey heißt der, der sich nur um Christian Grey dreht. Und er ist natürlich, ich möchte, was Avi geschrieben hat, nochmal äußerst hervorheben. Auf BDSM steht nicht jeder oder jede, ja? Da ist Consent extrem entscheidend. Du hast doch nur Spaß daran, wenn ein Consent dabei herrscht, ne? Das ist nochmal eine andere Geschichte. Aber Avi hat damit absolut recht. Das ist bei Pipsy Shades of Grey ja nicht. Und in denen die Cosette schreibt, ist es halt so. Ein großer Teil ist halt auch Aftercare. Das heißt, jede Session, sagt man so, kann halt körperlich und psychisch anstrengend sein. Und da findet halt aber auch Aftercare statt. Das heißt, dass der Dom dann ein Frühstück ihr macht oder ihr ein heißes Bad einlässt. Ihr ne Kuscheldecke holt. Das findet da wirklich aktiv statt, weshalb ich die super gut finde. Und das ist halt bei 50 Shades of Grey nicht. Sie sagt, dass Safe Word und er lässt sie angefesselt da liegen auf dem Bett. Und ich denke mir so, Bro, what the fuck? Also Safe Word sind ja sowieso für Pussys. Also, ähm, was? Der andere Punkt ist, äh, aber wie du sagst, dass da amerikanische Hausfrauen draufstehen. Es ist doch auch diese komische, die Serie ist ja bei uns auch relativ beliebt. Und wie heißt denn diese Serie, wo er sie, äh, wo er sie gefangen nimmt, bis sie sich in ihn verliebt? Wisst ihr, was ich meine? 365 Tage? Ja, ich glaube, ja. Ist doch, aber solche, solche Storys sind doch irgendwie aber auch beliebt. Ja, oder dieses, äh, You, diese Stalker-Serie. Also irgendwie, irgendwas reizt ja aber auch da dran, das zu sehen, weil diese Sachen sind ja konventionell erfolgreich. Die finden ja auch alle Jeffrey Dahmer geil seit der Serie. Ja, es gibt auch, äh, es gibt auch, ähm, es gibt auch, äh, Studien darüber, warum Ted Bundy bei Frauen so unglaublich beliebt war, obwohl er 50 Stück gekillt hat. Und trotzdem im Gefängnis eine Liebesbriefe bekommen hat. Viele, tatsächlich. Ja. Fantasie ist das eine Realität, das andere. Ähm, nee, ich meine, ich wollte das nur, ich wollte das nur mal in den Raum stellen, dass so was, dass diese, dass diese Themen ja total reizvoll sind und dass die ja auch reißenden Absatz finden, dass viele sich ja auch dafür auch interessieren. Ähm, vielleicht ist es aber mal ein Unterschied oder eine bessere Perspektive, solche Lektüre oder solche Romane aus einer Sicht oder aus einer Perspektive zu lesen, wo, wo das halt, ihr wollt es, ja, wo eben Konsent herrscht und nicht, äh, nicht, ähm, das aus so einer, ich will es jetzt nicht so krass sagen, aber eigentlich ist es ja aus so einer, es ist ja fast so eine Vergewaltigungsfantasie. Mhm. Also Fifty Shades of Grey, so wie ihr mir das erzählt gerade alle, ist das ja, ist das ja, ist das ja wie so ein, ist das ja, das ist ja eigentlich so, sie will das doch am Anfang ja nicht, oder doch? Also, ich, 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 ich kenne das nicht so komplett. Wenn ich noch richtig in Erinnerung habe, wird sie dazu gedrängt, diesen Vertrag zu unterschreiben? Stabil. Ähm, ja, also, äh, wenn, wenn, äh, wir, wir können gerne noch ein bisschen weiterquatschen, ich möchte an der Stelle aber wenigstens mal sagen, danke schön, Sarah, für deine Zeit, danke, dass du, ähm, dass du, äh, uns die Rede und Antworten standen, bist, hast, ähm, danke für deine Empfehlungen, du kannst die gerne mit uns im Discord teilen später, vielleicht findet sich da der ein oder andere Liebhaber, müssen sich ja nicht alle hier im Chat äußern, ob sie sowas toll finden. Ähm, ich finde sowas interessant, ja, ich, äh, bin da ganz transparent, ja, bin ein offenes Buch für euch, ähm, und, ähm, ja, ich hoffe, dem Chat hat's gefallen, und, ähm, danke, dass du dich für ein Berufsinterview bereit erklärt hast, ähm, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mir auch, hat mich gefreut. Mir auch, hat mich gefreut.